Schnell wieder das Kopf posten. Ach du liebe Güte, ihr kleinen Suchtis. Wie bist du schon Level 304? Ich war vor Dorn. Letzte Woche gespielt. Letzte Woche warst du nicht dabei. Ja, ich musste ja unbedingt nach Mannheim jucken. Ja, Don musste, hat neu installiert und hat danach zurückgesetzt worden. Da fehlten ein paar Sachen. Äh, wo ist denn die Stream-Ankündigung da? Wir sind da. Betty, Don und... Laufgeister. Gut. Falsches Thumbnail von gestern wieder. Es ist irgendwie, ich kriege das nicht hin. Ja, äh, was haben wir überhaupt? Machen wir wieder Boost-Talk überall an? Oder wie? Ja, ich hab Boost-Talk an. Also vorher Facherkennung an. Ja, machen wir das so, dass wir eben halt ganz normal im Spiel und dann eben halt. Also wie immer halt. Es gibt noch ein Overlay nicht, egal. Jetzt sieht man oben rechts nicht, wer, äh, gerade spricht. Ist ja auch egal. Mittlerweile sollten auch die Stimmen hier bekannt sein. So, äh, nein, Elytron und Kevin, hallo, hallo. Äh, wir haben das Grafton Farmhouse, Willow Street und das Asylum. Und die Willow Street ist, glaub ich, immer jetzt dabei. Keine Ahnung, ob das, äh, so gewollt ist. Machen wir Grafton. Ohne Willow, also, bei dir. Oh, mal auf Farmhouse. Mir ist das egal. Jetzt möchte ich mal ein Haus für Schlafzimmer. Ups, Entschuldigung. Gerade mal Kassensturz machen, 3600. Mal gucken, wie viel ich am Ende des Streams noch übrig hab. Ne, wie, Luca, hallo, hallo. So, warte mal, vier Kopfkampenhaus brauchen wir ja nicht, ne? Wir sind nur bloß drei. Reucherstäbchen noch zu. Reucherstäbchen. Das ist blöd, man müsste bei der hinzufügen, Liste rechts, die Liste sehen, was drinne ist. Ich gucke, ich springe mal hin und her. So, Reucherstäbchen habe ich noch eins. Sonst kaufe ich noch eins, die kosten ja nix. Äh, wo sind sie da? 15 kaufen. Hinzufügen. Äh. Und jedes Mal gucke ich die Liste durch. Okay, gut. Und bereit, dann können wir loslegen. Und hallo dort. Hallo dort im Stream. Äh, im Chat. Sonntagskind, hallo, hallo. Ciao, hallo, moinsen. Dann machst du doch bereit. Don, bereit, hallo. Alles klar, gut, da, 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 da ist doch. Zack, und wie schnell es lädt, weil ich es auf die SSD kopiert habe. Äh, okay, bleibt bei 90% stehen. Ah, erster. Erster, aha. So, ja, weiter geht die Geisterjagd. Weiter, 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 immer weiter, weiter, weiter. Und? Wir müssen ja eh jetzt auf Don immer warten. Aber wenn der sein neues System zusammengebaut hat, ist er, glaube ich, auch immer das erste Mal. Ach so, das bist du. Erst bei 5%. Bin ich, habe ich das falsche, sehe ich anders aus als sonst? Ja. Nein. Du siehst genauso aus wie Don im Spiel. Dieser mit dem blauen Hemd, mit dem blonden Haaren. Nee. Nee, äh. Hilfe, da bin ich. Ich bin ja, wie viele. Du hast die braune Jacke an. Ja, wie sehe ich denn sonst immer aus? Ist egal, muss ich gleich mal ändern, damit du mich wieder unterscheiden könnt. Du hast sonst immer dieses graue T-Shirt an. Oh, nix geändert. Don? Abgestürzt? Da ist noch 90%. Immer noch? Äh. Ich hätte längst drei Geister finden können. Ja. Ja, nach dem System ein bisschen Zeit. Nein, das neue wird dann besser. Aber seitdem ich auf die SSD kopiert habe, merkst du schon, krass, dass es verkürzte Ladezeiten sind. Ah. Netti ist sehr laut und übersteuert. Er hat sich die Rollen getaut. Oh, Netti wieder ein bisschen leise. Netti, warte kurz, damit wird wieder gesagt, du wärst zu laut. Was? Dann tue ich mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg. Was macht ihr denn da? Netti kniet vor Jimmy. Äh. 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 Ich hab sie eben mit der Lauter gemacht. Ich hab sie letztens auf 70 Cent geschaut. Jimmy, ist das hier? Ihr seht total anders aus jetzt sehen. Ja, wir haben wohl die Rollen getauscht, was die Skins angeht. Ja, und Fuggeräte sind... Ja, müssen wir da wieder auf dem Modell dafür. So, Etaschelampe, Kopfkamera, äh, Buch mit, Fingerabdrucklampe, so. Könntest du mich hören. Kopfkamera vergessen, Jimmy. Hör doch auf. Es hängt keiner mehr da. Wir haben alleine auf. Achso. Ich bin verwirrt. Ich hab jetzt Buch- und Fingerabdrucklampe dabei, so ziemlich nutzlos am Anfang, ne? Egal. Vielleicht find ich sowas noch, wenn auch was umkippt oder so. Oh, die geht ja nicht so an, wie die geht ja nicht so an. Oh! Hier steht sie. Stand direkt hier an der Treppe. Oh, da hat schon jemand das Mietjobrecht gefunden, okay? Hier, hier, hat die Haustür gerade zugemacht. Und, äh, stand hier an der, am Treppenabsatz. Da war so eine Oma oder sowas. Ich bin gerade ziemlich nutzlos mit dem Fingerabdrucklampe, ne? Geh mal gucken, was ich noch aus dem Auto machen kann. Hey, sup, ihr seid ja da. Wie geht's dir? Oh, gut. Ich hab, äh, 17 Uhr mal eine Impfung bekommen. Man merkt nichts davon. Absolut gar nix. Manchmal irgendwie hart oder geschwollen oder sonst irgendwas. Hab vorhin gedacht, meine Hand wäre eiskalt, aber... Hat nur so'n Gefühl. Gut, los geht gut. In-Game passt. Ja, ja, ich kann ja... Im Discord kann ich ja anpassen, die Lautstrecke. Genau. Dank fürs Feedback. Wo bist du? Bist du hier? Zeig dich. Hallo, wo bist du? Zeig dich noch mal. Wo bist du? Hallo. Zeig dich. Hallo, wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Zeig dich. Ich hab die, äh, fotografiert. Telefon. Die Antoppe war, hab ich fotografiert. Hallo? Ja. Wo ist denn das Telefon? Ist es oben, oder? Nee. Aber das andere Haus, wo Telefon im Flur steht. Haben wir den Knochen denn schon? Ja, den hab ich fotografiert. Aha. Hast du da reingesteckt? Ja. Lass das Telefon klingeln. Lass das Telefon klingeln. So, der muss umgefallen. Dose. Also, oh! Oh, jetzt geht's aber ab hier. E-MF4 haben wir, okay. Ist direkt hier quasi an der Haustür. Alter. Ich steh daneben, hab sie da ein, denn da passiert gar nicht. E-MF5 sind sie. Ne, war 4, oder? Aber nur, äh, orange. Das Glück schweigt, wird gerade rauf. Achtung! Sie kommt hier in der Rhe. Ja, ja. Nein. 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 Ich fahre mal hin. Fingis. Fingerabdrücke. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, wo ich mich versteckt habe, aber... Wie sind Sanity sich schon so gedroppt? Ach du Scheiße. Ja, die hat mir eben zweimal angehaucht. Ja, ich zippe auf diesen schnellen Geist. Dann futter ich jetzt erstmal keine Pillen, da bleiben wir uns schwack, weil wir müssen unter 25 kommen. Ja, ich komme ja schon mit. Schau mal, Fingerabdrücke. Guck mal, wie ihr nach oben habt. Oh, 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 oh. Aber die ist doch definitiv unten im Eingangsbereich irgendwo, da fliege auch die Dosen durch die Gegend. Ja, ja, unten neben der Treppe. Ja, das war's. Boah, klar. Voll reingerannt. Okay, aber wir haben die 25 Seiten geknackt. Ich muss mal zwei Pillen. Hinten am Esstisch könnte man mal ein Foto machen, bitte. Und vom Buch natürlich. Echt? Oh, schon mit der Hand. Steht was im Buch, ja? Revenant unto in spirit. Ich kenne Revenant. Heiße, Jimmy bleibt draußen. Nächste Töte. Ist auch tot? Oh. Ja. Ich habe gerade eben ein Foto von Don gemacht, da hat sie schon losgelegt. Ist ein Revenant, oder wie der auch immer heißt. Alter, mein Herz. Aber bis jetzt schöne drei Sterne folgen. Was brauchen wir denn für Revenant? Ja, der Wort liegt da vorne. Geh doch auf, du scheiß Kaffee. Ich muss mich kurz bereiten. EMF 5. EMF 5. Und das war auch schon fast, also das kommt doch noch. Meine Hände zittern. Die liegen beide drin, die EMF sind, ne? Jo, ich sag Bescheid mit so weit ist. Ja. Aber ich glaube, schlagen die auch aus, wenn du draußen stehst, Jimmy? Auf jeden Fall haben wir die ausgeschlagen, wo ich gerade runtergelaufen bin. Bleib lieber draußen. Ja, das ist ein... Wie hast du nochmal? Ja, wer nimmt's? Ja. Ah wat, ah wat. Wie bilden hast du ordentlich bilden genommen? Muss jetzt auf 100 sein, ja, ja. Muss zu weit. Ich muss ein Foto beraten, ist die Ada. Ja, ein Foto noch, Subi, ja. Sorry. 3, 2, 1. Wo bist du? Jo, EMF 5. Es ist ein Revenant. Mutiger Mann. Ich hab viele Streams geguckt und mir ein paar Tricks abgeguckt. Ja, du merkst, wie schnell der ist. Sanity. Muss jetzt so 40 gesunken sein, ne? Hast du das gesehen, wie der, wie der, wie der den Geist gelockt hat, Foto gemacht hat und dann noch verjagt hat? Was wär wo? Der Arsene. Ne. Der hat sich hingesetzt, hat mit dem Vija-Bord den Geist gerufen, hat schnell ein Foto gemacht, hat gewechselt auf Reucherstäbchen und hat den dann noch gleichzeitig bei der Jagd vertrieben. Und ist nicht gestorben. Und ist nicht gestorben. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Vija-Bred will nicht mehr. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Ich hab den Geist kaputt gemacht. Jetzt hat er Klavier gespielt. Wo bist du? Wo bist du? Ist auf jeden Fall sehr aktiv, der Geist gerade. Ist auf jeden Fall sehr aktiv, der Geist gerade. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Er will nicht mehr, dann fahr ich jetzt. Geist während der Hand verjagen. Muss ich nicht. Dann können wir ja gespannt sein, was da alles geleistet ist. Oh, geht, geht, geht. Also wenn es ein Revenant ist, wenn es jetzt kein Revenant wäre, würde ich das mit den Räucherstäbchen vielleicht noch machen, aber bei Revi muss ich das nicht unbedingt. Deshalb, hab der Revenant eingetragen, ja? Ja. Ich bin gestorben. Zum Beispiel das EMF neben das WeChat-Brett legen und ich hätte es auch in der Hand halten können, da hätte ich aber kein Foto machen können. Und das WeChat-Brett schlägt und das EMF schlägt dann auf 5 auf, wenn es ein Revenant ist. Deshalb hab ich grad das EMF daneben gelegt und das Brett befragt. Foto gemacht. Klar. Ihr habt die Skins geändert. Ich hab sonst das Skin, was Don hat, oder was? Ja, dann, wie kann ich denn das ändern? Da. So. Don hat das, was ich immer hab, ne? Oder grad hatte, so rum. Genau. So, wir haben das Farbenhaus, Highschool, Asylum und die Willow Street. Mein Gehirn hat auch gar kein Stress. Oh, Trink, der Gras. Ah, heizwür ich das nicht. Ich hab keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Ah, jetzt hab keinen Stress. Da ist ein Text dabei. Schau, schau, entschuldigung. Danke für die, die, die schön. Die nächste Höhe ist dann. Ah, jetzt hab ich ja mal. Schürt mich nicht, Jimmy. Ja, 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 äh, hier wieder Farmhaus. Zwei Stückes Bauernhaus, vier Schlafzimmer, oder? Oder das Willow. Wenn sich's mal ergibt, können wir mal eine Schule machen. Jeder mit einem Thermometer, jeder in eine andere Richtung. Ja, wir haben eine Schule dabei. Auch fortgeschritten, oder was? Ja, ja. Das wär cool. Jeder, wie gesagt, ein Thermometer und gucken, was, was geht. Ich verkauf kann man schon mal drei, okay. Ja, dann, geh mal. Warte mal noch ein paar Kameras dabei. Die Kameras? Ja, ja, nur noch eine Videokamera dabei. Und Markus, hallöschön. Ja, gut, die wichsen werden auch. Ich hab doch überall auf Plus gedrückt, hä? Okay, nö, ne, geht nicht. Jetzt ja. Einer rechts, einer links, einer oben, oder wie? Wie du willst. Ja, bei drei Mann, dann ist das jeder ein Thermometer. Du, und ich wird rechts gehen. Dann geh ich oben. 90% Alles gut, wir haben Zeit. Ganz liebe Grüße an deine Mitspieler Donner. Ja! Grüße von Hope soll ich ausrichten. Ganz liebe Grüße an deine Mitspieler Donner. Liebe Grüße zurück. Mir geht's gut. Soll ich eigentlich Nevio sagen oder Luca? Oder soll ich über Nevio Luca sagen? Ah, komm, sie wird er jagt. Ja, Sanity sollte ja weniger das Problem werden, wa? Was nehme ich denn dann noch mit? Zum Gegenchecken. Ich nehme noch eine Box mit. Oh, eine Taschenlampe, wa? Jo. Also ich gehe links, das habe ich richtig verstanden, ja? Donn rechts, knackt die Ohren. Ja, ja. Ja, auch eine Weile. Einmal am Abend ist mir eine große Map-Spiel. Solange es nicht Asylum ist. Ich mag die großen Maps ja nicht so dolle. Aber zumindest machen wir das nochmal fortgeschritten, das heißt, äh, Temperatur können wir direkt hier benutzen. Müssen wir nur hoffen, dass er die Sicherung nicht rausmacht, wa? Sonst schreien wir gleich alle, ich wunderte sie gerade. Oder Luca, mir egal. Weiß was. Na. Ich wollte schon wieder sagen, hier steht eine Tür auf, aber hier ist gar keine Tür drin. Ja, Martin, hier ist noch. Ach, nee. Jo, 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 jo. Telefon. Habe ich jetzt nicht gehört, also soll ich rüberkommen auf eure Seite? Habe erst hier so fünf Räume aufgebracht gemacht. Ja, ich denke, das war hier irgendwo. Ja, wenn Nettie ist, Nettie bist du oben rechts oder oben links? Ich bin oben... Rechts. Nettie ist oben rechts. Ja, wenn ihr es beide gehört habt, ich komme auch gelaufen. Ich glaube, ich habe gerade eine Tür gehört. Das war ich. Wo ist jetzt hier ein Telefon? Hier ist ein Telefon drin. Die Fahrer haben. Was ist das überhaupt für ein Schulgebäude, das auf jedem Lehrerpult ein Telefon steht? Sicherung ist raus. Das ist doof. Ich glaube, ich habe jetzt hier gerade noch zwölf gerade noch. Und nur der Spot hier, ne? Bist du hier? Wo bist du? Hat sich einer gemerkt, wo die Sicherung ist? Soll ich hier mal rein machen gehen? Oh, sonst nach Hause. Ah, du Sprunger. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich war draußen, wo sie ist. Sag dir mal Bescheid. Ja, ich bin am Treppenhaus. Die ist ja meistens unter dem Treppenhaus, ne? Oder hier unter dem Treppenaufgang. Guck mal grad. Zwei Sekunden. Ne, hier ist der nicht. Dann ist er oben im Hausanschlussraum. Wo auch immer der ist. Guck da oben noch ein Räumchen, wo der drin ist. Ja, wird grad überall wieder kalt. Das ist doof. Wo bist du? Ja, linke Seite. Linke Seite, die Treppe hoch. Und rechts oben, ganz hinten. Ich bin jetzt rechts. Ich mach's rein. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Gib unser Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Gib unser Zeichen. Zeige dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Ich muss jetzt aber, glaub ich, ganz in der Nähe sein. Wo? Ganz durch? Rechte Seite, dann herunter. Oh, die Türen auf. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Also hier ist eine einzelne Tür auf, wo bestimmt von uns noch keiner war. Doch, hier ist auch auf. Warte. Ne, da war ich ja eben schon, wa? Bist du hier? Wo bist du hier? Siehst du denn auf der Karte, wo ich bin, wenn ich in der Nähe des Raums? Ich mach dich online. Ja, ich mein, ich glaube, ich bin gerade ganz in der Nähe, deshalb, äh. Naja. Ja, hallo Don. Die ist da hinten, in dem Raum. Ach, in dem Raum da hinten. Ah, ja. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Wo bist du? Ja. Bist du hier? Lass das Telefon nochmal klingeln. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Ja, es ist jetzt überall kalt, müssen wir noch weiter warten, ne? Ach, scheiße. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Don, warum haben wir es denn jetzt wieder? Sekunde. Also nutzt, nutzt, ne, nutzt noch nichts, ne? Muss erst noch warm werden. Nutzt noch nichts, erst bei 10. Na, wegen der Räume, wo wir jetzt gerade drinnen waren. Äh, nicht, dass das Dach da drin sitzt. Wie gesagt, es muss hier in der Gegend gewesen sein. Hier hat sie irgendwo... Hier, hier oben oder unten? Also ich habe hier eine Ecke, hier ist unter 10 Grad. Im restlichen Raum ist es, äh, 12, 13, na wohl, ja. Äh, äh, der ganze Raum jetzt unter 10. Also hier habe ich einen Raum unter 10. Aber ich meine, ein Flur... Äh, ist schon wieder raus, die Sicherung, oder was? Ne. Ne, ne, ist noch drin. Lichtschalter irgendwo. Ich habe hier, hier draußen hieß es, 14 Grad im Flur. Und in dem Raum sind es 7 Grad. Bist du hier? Wo bist du? Die ganze Zeit... Die ganze Zeit... ab hier schritte oben rechts die tür stand doch offen oder hat er doch die tür zugemacht ob ihr hier mal die sicherung rein nee okay ist drin so wie hat jemand nicht das gemacht wieder telefon höre ich auch wieder nicht habe ich auch nicht gehört wo war denn das das war du kannst doch den eingang von mir aus gesehen auf der linken seite sie macht eine tür auf oder bist du das dann das heißt jetzt unten telefon ja aber wir sind immer noch oben jetzt hier 19 grad ok ich hasse die großen maps ziemlich schönste morgen noch mal weiß ich noch nicht weiß ich noch nicht und dann borg weiß ich nicht weiß ich noch nicht wir borg hausvoll besuchen den rahmen hinten rechts hinten ganz hinten rechts der linke letzte rahmen er hat geschossen oder obergeschoss erdgeschoss ich lege es eben vor die tür sicherung so wieder raus machst du wieder rein ich laufe die falsche richtung wache die kippen Prozent. Ich frage, gerade auf dem Weg nach draußen. Fünf Tausend Schitzel. Dann welche Seite? Die Seite da hinten oder die andere Seite? Das weibliche links und das männliche rechts. Das ist das weibliche. Das ist das weibliche rechts. Andere Seite. Jawohl. Danke. Das ist das richtige Recht. Tappen wir jetzt dabei. Also EMF liegt vor der Tür. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd, ist erledigt, okay? Ja, da bin ich gerade weggerannt. So, jetzt muss die Nette noch eine Weile rumlaufen, bis sie auf 25 ist, dann ist die Aufgabe aufhören. Aber so lange fresse ich jetzt keine Pillen. Ja, erledigt. Oh, gerade erledigt, okay. Achso, weil ich so ganz low bin, gleich ist das aus, von Nette, okay. Und Foto vom Geist und jetzt wollen wir noch Hinweise, okay. Ich hab ne Box dabei. Wann nehmen wir denn da noch mit? Ich nehm noch ne Kamera. So, so rechte Tür rein, dann hinten durch. Eine Nachricht wurde zurückgehalten, wegen Schimpfwörter. Wenn die Nachricht zugelassen wird, wird sie im Chat hinzugefügt. Hope schreibt, wie gut, dass ihr Don den Frauenversteher dabei habt. Frauenversteher ist für Twitch ein Schimpfwort. Aha. Erlauben. Okay, gut zu wissen. Don, fühlst du dich beleidigt, wenn Hope dich Frauenversteher nennt? Ne, ne? Nein, nein. Ich musste gerade den Chat. Macht ja nichts. Ich musste gerade ne Nachricht anzeigen lassen, weil Hope geschrieben hat, gut, dass ihr Don den Frauenversteher dabei habt. Und Twitch meinte, dass das wegen einer Beleidigung zurückgehalten wurde. Ja, hab ich. Ja, hab ich geschrieben. Ja, hab ich geschrieben. Danke, Don. Ich glaube, die Gute hat ans Buch geschrieben. Jawohl. Dai, 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 dai. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Ach, nö, nischem Wetter. Bist du hier? Wo bist du? Ich bin bereit. Wir haben Box und Buch. Netti, bist du noch im Truck? Ja, ja. Hast du mal Kameras geguckt? Ja, ja. Da ist nichts. Okay. Box und Buch haben wir. Fotoapparat müssen auf dem Gang liegen. Dorn, kannst du mal gucken, was noch sein kann. Box und Buch. Fingerabtribbel, Gefriertemperatur. Box. Box. Box haben wir. Box haben wir, ja. Abzugbox hatste. Äh, EMF 5 und... Wops. EMF, äh, ist rausgeschlagen, wo ich rausgelaufen bin. Ich konnte aber leider nicht sehen, wie viel. Ja, da war Jagd. Das war auf vier. Jukai, ich... Hier ist ja noch eine Tür. Oh, nee. Das ist ja total easy, wenn wir die Tür hier nehmen. Kurz rein, dann sind wir direkt vorm Raum. und ich glaube, es ist auch losgelaufen. Oups. EMF 4. Auf die Tür. So. Warton, ich gebe noch ein 5. Oh, der jagt ja gerade. Jooo, jetzt kann ich die Gesellschaft leisten. Ich will mich sowas schon besser vergessen. Netti, such dir was raus und nicht die Wechsel. Ganz egal. Quatsch, deshalb nicht. Ich hab sowas gar nicht. Ich hab sowas gar nicht. Alter, das soll jetzt fortgeschritten sein. Das ist doch ein Witz. Ja, ja, ja. Aber da gibt es einen Hintereingang, ne? Da ist direkt eine Eingangstür neben dem Raum. Kannst du mal nicht sein. Also wir haben Box und Buch. Was kann das denn sein? Ich tippe auf eine Spirit. Das wird teuer. Joa, bisschen was reingesteckt. Silvergirl, hola. Ah, hier ist immer drin. Weil ich aber auch unbedingt die V-Lampe aufrecht vor die Tür stellen wollte. Wär ich mal rausgegangen. Wär ich mal hier auch direkt rausgegangen. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch einen Hintereingang gibt, okay? Wie kommt man denn da hin? Muss man einmal ums Gebäude rumlaufen, oder was? Das ist natürlich Ewigkeiten unterwegs, ne? Krass, wie schnell meine Sanity runtergeht, obwohl ich irgendwie schwankstehe. Ja, hier. Ja, ich kann jetzt hier hier nichts mehr machen, oder? Als Geist. Buch, wissen wir schon, ist beschrieben, genau. Rede? Hast du vor uns geschnattert, wo die Jagd anfing? Geredet? Äh, hab ich den Chat begrüßt? Ich glaub, weiß ich nicht. Was ist ein Yokai? Ja. Was würde dann fehlen? Ops. Die werden fehlen. Ops. Ops. Ne, schalte doch mal bitte die Kamera auf. Mhm. Ja, aber Kassi Lokbubel kommen, willkommen. Würdest du mal reinziehen? Oh nein, 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 nein! Verkackt! Was meinte ich vorhin? Schau dir nicht über die andere Kamera ein? Genau, verkackt. Ja, mach mal, mach mal weiter ... Krass, ich interessier's mal, wie man in den Eingang hier rein kommt. Muss man erst einmal um die Schule drum herumlaufen? Ich meine, da könnte man Sanity sparen, ne? Nicht da mittendriner durchlaufen. kommt man überhaupt hin oder kommt man da nur raus hat er versucht um die schule rum zu lassen habe ich auch schon versucht ob sie schon rum okay dafür gibt es den ausgang ich habe keinen stress ich habe keinen stress danke dir danke dir cvr ne kommst du echt nur da wieder hinten in die andere seite rein verkackt das meinte ich vorhin ja ja der wird ja aggro wenn man redet in seiner nähe dafür ist er während der hand ziemlich taub netti kann man sich tollen hier gibt es zum werfen in der schule ja kein ding unterstützen gegenseitig wo es geht warum nicht wenn man selber spielt spielt wenn man sich sympathisch ist warum nicht ja die schluss machen und die leute wollen da weiter gucken dann bringe ich die irgendwo anders hin zu dir zu asen und ein paar andere was man vor wie das tun ja ja ist egal kannst du abfahren wenn ich nicht im truck bin aber wir raten jetzt yokai oder was ich weiß es nicht mehr genau ich habe versucht die uv lampe senkrecht auf den boden zu stellen damit die die tür anstrahlt weil ich gerade noch fingerabdrücke am gucken war ja komm du bist bei ein prozent so gut es wären noch pillen da bevor wir alle sterben ja es gibt hintereingänge die man aber nur nicht von außen erreicht das ist doof dann spielen wir mal dieses was wir haben nur ein slot frei gerade wir sind aber blutigste anfänger also oder so hat zumindest richtig oder 15 dollar von der versicherung noch mal wieder da hat es schlecht gemacht also wir spielen in der regel samstags also samstags machen wir immer irgendwie etwas hinter woche machen kommt auch schon mal spontan vor dass wir in der woche machen in der woche fange ich meistens gegen halb zehn an und mache spätestens um halb eins schluss wochenende gleiche halb zehn anfangen aber ende offen weil familie zwei kids und die wollen erst ins bett gebracht werden vor halb zehn komme ich doch nicht zum anfangen und dann bin so halb eins halb sieben muss ich wieder aufstehen ein 1 24 jagten waren es war vier jagten recht okay ja das waren viele was haben wir im angebot high school farmhouse richview road und willow die willow erst mal wieder geld sammeln wenn ich auch einfach mal gut genau ne mach mal willow die ist einfacher habt ihr euch das video mal angeschaut was die ganzen hiding spots gibt in dem haus bei hinterm sofa und hinter der garagentür hinter der waschmaschine machen wir mal die willow jetzt habe ich jetzt muss ich wieder neu einkaufen ich gucke immer dass ich von alle zwei auf vorrat habe du hast über 20 oder sowas kassi loko ne du hast über 20 von allem auf vorrat irgendwie so wenn ich mein arz und gucke was der auf vorrat hat genauso ich krebs immer so gerade am existenz limit mit dem geld rum thermometer aber wohl braucht man nicht 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 ich bin aber einkaufen ja ja ich habe noch drei kopfkameras habe ich gerade keine reingesteckt gehabt auch kein vorrat 300 dollar habe ich schon bei mieses heute minus heute gemacht auf kamera knicklich die knicklich ist auch schon drin geistert wieder eine taschenlampe zu viele da muss ich kaufen ich glaube ich warte nein so habe welche reingetan paar direkt auf das kleine ausreichend wir stative wie viel haben wir davon auch viel erreicht mal gucken aber wieder hat du aber hier haben wir ja 90 fälle über hat du gehabt ja garage genau das ist der keller kann auf der map entweder garage oder keller sein und unser don hat nicht so den schnellen rechner ich glaube ich habe einen l d 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 eine taschenlampe zu viel warte du hast buch nett hier naja nimm mir box mit Ja, jetzt habe ich nur die Box. Äh, ich habe überall auf Plus gedrückt, ich schwöre. Jetzt können wir die Scheißaufgabe da nicht machen. So, du machst die Puppe wieder? Ja, haste Kamera. Wo bist du? Bist du hier? Kurze Zeichen. Sicherung ist drin. Wo bist du? Bist du hier? Ich habe hier Schritte. Wo ist denn hier? Oh, ich auch. Bist du hier? Genau da, wo du jetzt bist. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Du bist ein Zeichen. Zeige dich. Ich mache mal alle Türen zu wegen Fingerabdrücke. Bist du hier? Wo bist du? Ich rief uns ein Zeichen. Nein, ich habe kein Fotoapparat dabei. Rechts vor der Tür. Ich habe keine Hand frei, nicht? Dann schmeiß was weg. Holen wir mal Nachschub. Ich hole es. Hm, 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 hm. Kommt da auch. Bewegungssensor? Achso, ihr seid durch den Bewegungssensor gelaufen. Äh, Sanity. Oh, da war gerade ein kurzer Peak auf 10. Aber auf dem F5 hast du das schon, ne? Jo. 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 Gefriertemperaturen. Und ob's. Da gucken wir doch mal. Äh, ob... Gefrier... das hat mein bildchen gar nicht auf das dann kommt jetzt darauf kommt jetzt darauf wir haben emr 5 gefriertemperaturen und ob es auch schon was ist noch an aufgaben da wir haben kein kürzifix aus irgendeinem grund und während der jagd mit reuscherstöpchen verjagen ansonsten noch mal buch noch voll mit brett arsen sensor umgehangen knochen haben wir noch nicht gefunden bestimmt im keller da waren wir ja noch nie oder und sonst eine pille sonst ist ganz gut noch aus bewegung sensor erledigt in aktion erleben ist der bier leer müssen wir neue bier nehmen mit kurz beim bier schon über wollen wir das mal mit dem räucherstäbchen versuchen zum glück kann man immer was zwischen hier liegen auch das meinte ich vorhin er war doch eben kurz wegen knochen suchen oder hast du futterapparat ist ja du hast kein futterapparat ich habe schon weggeschmissen das anzuzünden jetzt jetzt verkackt machen jetzt verkackt machen ich bin extra auf die zu gerannt dann habe ich das weggeschmissen anstatt anzuzünden verkackt das meinte ich vorhin was hört man da kann ich den geist nicht verjagen wenn ich draußen bin was hier hinten links in dem zimmer kommt jetzt ein flur jetzt kommt er auf dich zu jetzt rückt er um da ist ja viel kackgeist jetzt versteck dich schnell kommt aus der garage läuft wieder in die garage kommt wieder aus der garage raus kommt zu dir ich hab's gesehen ich dachte jetzt läuft jetzt zur waschmaschine aber immer noch kein videobrett foto ne beziehungsweise videobrett an sich ja aber nicht das benutzte videobrett wir haben erst zwei bilder jetzt kommt mal eine frau mit brötchen rein und sich erschreckt mich zu tode grannie müssen wir auch noch spielen grannie 2 müssen wir auch noch wieder weiter mal noch mal spielen alles gut ich hab noch ein foto dann darfst du na mit luzifer ich kann doch gerne die foto auf der garage und tauschen ha 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 ura ist gepackt ich sehe die tür ja nicht aber das war knapp stehen sie die paparazzi guckt jetzt an hier ja ganz normal ich hab den piks an sich noch gar nicht gespürt alles ich hab gar nix bisher hab ich gar nix von der impfung pflaster ist da da oben haben sie reingepixt immer das gar nix gar nix hart oder sonst irgendwas keine schmerzen kein nix aber das könnte auch krank machen alles super alles gut überstanden dann donnerstag erst bekommen ok auch gut überstanden oder irgendwelche nebenwirkungen das war jetzt ein foto verschenkt was war denn eine da hier sind noch drei fotos drin das kann ich gar nix anmachen du bist eh bei null lass doch die fernbedienung sein ja wie alt bist du erreicht doch buch ist voll ne na bin mr nice guy auch mal wieder da hallo 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 mit dem arm so wo gepikst wurde gar keiner wie gesagt haben wir noch nicht mal die piks gemerkt ja war ich nur so wie die nadel das war wieder knapp ja und dann am 14.8.2 und dann können wir wieder ordentlich party machen naja ne werde ich trotzdem nicht machen wieder höher jetzt hier wie sie alle in urlaub fahren und vielleicht tausend mal ins stadion das mieterbrett kann ich nicht klauen ne ne hier ist noch ein bild Tasse Instant der nächste Hand und krass dann konnte ich nur reingehen jetzt oh nie hier besser wie hält er denn das besser ok wie so mit einem abzug eh mal nett hier mal echt der schnee uah 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 das hat nicht gezählt das letzte uah 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 ok dann weg hier uah 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 vielleicht ja mit einer schluss phantom ne naja hab ich drinnen uah 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 Da gucken, Taschenlampe brauchen wir nicht, Fotoapparat, Feuerzeichen, Kerze, kauf mal wieder eine. Aufbau nicht, kurz, wir kaufen auch noch ein zweites. Gucken wir, dass ich schon alle zwei habe. Hier steht schon ein Stativ. Tag, Taschenlampe, Bewegungssensor. Oh nein, das war mein Bewegungssensor gerade eben. Der ist ja richtig teuer. Äh, 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 Tanglewood Street, Brimstrow High School, Bodistow Farmhouse. Tanglewood mal, das andere kleine Häuschen. Jo. Dann drücke ich schon mal auf Bereitung und gehe mal für kleine Stücke. Also ich konnte beim Crucifix jetzt nicht auf Plus drücken. Wenn gleich kein Crucifix da ist, dann verstehe ich die Welt nicht. Nein, ich habe zweimal gedrückt. Ja, okay. Äh, Kopfkommerei ist wieder eine zu viel, nehme ich eine raus. Okay. Äh, starke Taschenlampe, wo sind die? Die haben auch wieder auch nicht zu viel, nehme ich auch raus. Okay. Und Netti wollte aufs Klötchen? Ja, dann warten wir kurz. Ja. Oder sollen wir schon mal laden? Laden? Bei mir dauert es eh lange, können wir laden. Ach, der Arm abfällt mit der Nase, wer ist, nee. Ah, kriegen wir auch noch irgendwie um. Oh, vier Bewegungssensoren, ja, hat es aber einer fett. Nehme ich mal wieder raus. Ach, wer ist die? Braucht man doch bloß drei Finger? Ja, klappt immer. Ansonsten irgendwie Tastatur im Boden legen mit dem Fuß drücken, oder? Ah, der wird nicht abfallen, Quatsch. Ich habe das gute Biontech-Zeug bekommen. War aber ratzufatzt, ich hatte so Termin, 17 Uhr, war viertel vor da, um zwei nach habe ich einen Piks gekriegt. Okay, ich könnte schon da warten. Was war's? Echt Massenabfertigung, da waren auch ein paar Soldaten hier in Uniform, aber die haben nur geholfen, da hat die mal einweisen und so ein Kram. Malteser-Leute, Rote Kreuz-Leute. Super organisiert. Lefte Key, okay, habe ich schon. Vertreiben Sie während der Jagdräucherstädtchen, bringen Sie geistert, um die Kerze auszublasen und Bewegungssuche. Okidoki. Kamera, Kastenlampe, bisschen wie es an der Kamera auf dem Boden, hä? Äh, äh, äh. Nicht mir grad basiert, falsch geh. Falschen Zug. Ah, kein Problem. Jetzt rennen wir alle rein und rufen Sie, Reutchenkel. Äh, Fliegevieh. Guck mal, da hat hier eine Garage wegen der Sicherung. Die Sicherung ist drin. Spinde in der Garage sind auf. Knochen, kein Knochen, nein. Ihr habt Knochen? Ne, ne, kein Knochen, kein Knochen. Ah, das war dringend. Das war dringend. Wo bist du? Zeig dich. Bist du nirgendswo, EMF? Ja, EMF ist zu. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du meine Oma? Bist du ein Kind? Zeige dich. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Zeig dich. Hier hinten habe ich 8,4 Grad. Wo alt bist du? Wo alt bist du? Wir haben bis zum 12 Uhr ab. Wo bist du? Wo ist denn hier hinten? Am Eingang. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Bist du hier? Bist du wieder ein Waschmaschinengeist? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Bist du eine Großmutter? Wo bist du? Tja. Wir haben Gefriertemperaturen im Keller. Und mein Thermometer zeigt sich an. Ich finde es den Zeichen nicht. Hä? Ich war doch... Aber ja gut. Mit dem EMF war es eben im Keller. Ich habe 14 Grad auf dem Thermometer. Und jetzt zeigt sich Gefriertemperaturen an. Also das war ein Witz. Ja so Eisatom haben wir auf jeden Fall. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Oh EMF 3. Okay. Wo bist du? Jetzt zeigt das Thermometer Minus gerade an. Da hat gerade eine Dose umgeschmissen. Gelbe Farbdose. Oh. Oh. Blitz und Donner. Donne schiemen wir heute noch ein paar Körperteile über. Und dann sind wir halt ganz im Zocken. Hahaha. Entdecken Sie um welche Art von Geist es sich handelt? Verjagen die Reuschbärnderjagden in Reuschestäden. Kärte ausgasen. Wow. Nette Getreitür zu Rand. Ja dummerweise hat sie in die Kerze einstecken und kein Räucherstäbchen. Da lief er gerade. Da läuft genau auf die Kamera zu. Okay. Ist noch im Keller, Netti. Ist noch im Keller. Räuft jetzt an deiner Kamera vorbei. Gefrierte Temperatur. Bisher nur gefrierte Temperatur, ne? Da unten war diesmal kein Spind, ne? Nein. Ach. Ach. Es läuft in die Garage, ist es gut. Unterwölfer. Ja. 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 Mal fünf. Oh. 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 Puls? 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 Ich mache mal aus. Ah, hab ich Puls gekriegt, wa? Hahaha. Ah, hab ich Puls gekriegt, wa? Ah, ich laufe wieder verkehrt rum. Hahaha. Da hab ich gerade Puls gekriegt. Okay. Da hab ich Schweineback, ne? Don mal Pillen futtern. Hat jetzt Licht im Keller angemacht, oder was ist das? Ah, das ist euch der Stäbchen. Nee. Das ist Don. Der ist gerade unten. Oh, Luca. Ah, wir haben ein Buch. Nee, wir haben gar nicht. Eher mit fünf, doch. Phantom Banshee. Phantom Banshee. Phantom Banshee. Wir brauchen dann entweder Orbs für Phantom oder Finger für Banshee. Wie? Ja, das jagt er ja nicht. Wir haben Fingerabdrücke auf der Kellertür. Hast du einen Futter-Apparaton? Nein, ich hab Räuchernstäbchen. Ich hol einen. Also haben wir Banshee, ne? Hallo, Guys. Ich weiß nicht, wie du heißt. Viel Spaß. Du musst dir einen neuen nehmen, ich hab dir gerade ein Futter-Apparat geklaut. Ja, siehst du das? Das war ja nicht. Schaut mal bitte, ob's gelöst ist. Schaut mal bitte, ob's gelöst ist. Check, check, check. Deswegen hat er auch die Kerze nicht ausgepustet, weil er auf der Flucht war. Achso, weil er so dumm im Kreis rannte. Ja, 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 ja. Verstehe. Ja, er hat aber immer noch so dumm drin. Puls geht, ich liebe da in der Erschrecke. Ja, aber da war auf 102 eben hoch, ne? Und jetzt Ruhe Puls 6. Uah! Das kräft dort mir entgegelt. Was haben wir denn alles gefrittet worden? Kerze ist fertig. Jeder ist sogar umgeworfen. Was haben wir denn? Fingerabdrücke gefrittet worden? Was noch? EMF schon nicht. Na gut, da er sein Keller bisher nicht verlassen hat, kann er irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen haben, ne? Na, auf der Kerze kann er bestimmt jetzt Fingerabdrücke hinterlassen haben. Auf der Kerze? Ja, die hat er nämlich umgeworfen. Geht zu was? Weiß ich gar nicht. Nee, geht nicht. Ansonsten bin ich auch wieder raus. Ich hab jetzt hier die Fingerabdrücke auf der Kellertür fotografiert. Ah! Ich hab noch welche gefunden. Hier sind auch noch Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke. Aber die Fingerabdrücke hat auf dem Cruise. Man kann die Fingerabdücke hier nur raus. Dann sind auch noch Fingerabdrücke. Und zwar hier? Wie geht nochmal, wenn der? iram mich. Ich bin... Ich biniss mit einem Nachmittag. Der. Ich bin... Ich bin... ... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... ... Ich bin... Ich bin... Das war's für heute. Das war der Knochen eigentlich schon. Der ist auch ein Knochen im Keller. Knochen haben wir ja. War da überhaupt oben der Teenager? Der war auch oben. Ja, ich hab irgendwo klick klack gehört. Ach, komm mal mit rein. Wir werden alle sterben. Aber ich find jetzt keine Fingerabdrücke mehr. Hier die haben wir schon. Mach mal hier die Tür zu. Aber da können wir uns doch nicht drin verstecken. Die habe ich schon fotografiert. Hast den Fingerabdruck auf der Tür. Und auf der Kellertür. Ja, sonst lassen wir es sein. Schritt, Schritt, Schritt. Perfekt. Drei Schritte gewesen. Das ist jetzt die Frage für ein bisschen extra Geld. Ich würde jetzt tendieren raus zu gehen und abzufahren. Ja, Tim, wo bist du? Bist du noch drin? Ähm, stark. Wo? Ich bin dran. Aber Salz war eine gute Idee für die Schritte. Ja, Whiteboard, ja. Fehlen jetzt noch vier Bilder. Aber was willst du fotografieren? Gut. And she, ne? Jo. Tschüss Thomas. Okay, wir leben alle drei. Oh, 225. Haben wir wieder ein bisschen was Gewinn gemacht. Äh, Highschool, Bleestyle Farmhouse, Craft Farmhouse, Asylum und Willow Street House. Swillow nochmal? Ja. Ja, ihr wollt ja ein bisschen Geld machen. Der auf den großen Karten gibt natürlich nur ein bisschen mehr Geld, ne? Aber da bist du, in der Zeit kannst du zwei kleine Maps spielen meiner Meinung nach. Wann hast du mehr Geld raus? Du entscheidest. Ja, geht da was? Nö, ne? Sieht gut aus. Das Feeling auf den großen Maps ist aber fast besser für echt. Ja. Wir laufen da immer rum und eben auch wieder halbe Stunde auf die Map gespielt. Ich bin verreckt. Wir haben nicht rausgekriegt was es war. Äh. Ja. Da läufst du halt rum und läufst rum und oder? Ja, Asylum oder Prison oder Highschool. Pfff. Was ist das? Könnte man so lange rum, bis man den ganzen Raum gefunden hat? Ja. Kruzifix. Abwebungsensor. Und während der Jagd entkommen. Ja. Kruzifix. Also ich mag die drei großen mag ich nicht. Kann auch vielleicht daran liegen, weil ich sie nicht mag und so wenig spiele, weil ich mich da nicht auskenne. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib mal Keller. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Keller kein Video Brett. Bist du hier? Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Okay. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Du musst ein Zeichen. Wo ist ein Schlafstube hinten links? Innen. Innen. Linkes Schlafzimmer? Bist du hier? Wo bist du? du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Okay, bockst nochmal auf. Hast du eben MR5 gesagt? Hab ich gerade die Tür angefasst? Oh, ich muss ja keine Finger drücken hinterlassen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Definitiv nicht MR5. Hab gerade mal mit MR auf das Board befragt. Ops, haben wir, sagst du? Poltergeistchen Mario-Kai, na super. Kann wieder Yo-Kai sein, also nicht so viel quatschen. Moin Moin Big Food! Wo hast du den Orb gesehen? Das ist aber schlecht, wenn man streamt, also. Was ist schlecht? Nicht reden. Wo hast du den Orb gesehen? Neben der Tür. Ja, 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 ja. Wieso bin ich schon wieder auf 4% runter? Weiß ich nicht. Ist das doch, weil letztens meinte bei mir im Chat einer, wenn man mit der Geisterbox zu lange rumrennt, wird das die Sanity runter droppen. Ach Quatsch, ich hab eben das Weecherbrett, ich hab das Weecherbrett befragt. Ja. Ja, ja, wohl besser. Ja, wohl besser. Treib ins Pool. Bist du hier? Bist du hier? Ach, ich geh nur allein, ich geh mal weg, warte mal, mach nur mal mit der Box. Aber das hat eben hier auf die Box gesagt. Klu, wo fehlt denn jetzt noch? Das Game von gestern? Ja, bestimmt, bestimmt. Hat mir auch auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Also das, äh, Rimbrett machen wir auch nochmal. Oh, ne Lasted Earth ist ja jetzt auch wieder eher weniger zu tun, weil keine Season ist. Komm mal, Kruzifix. Kruzifix haben wir schon drinnen liegen? Ja, wa? Ja. Nehmen wir doch eins mit. Aber äh, 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 äh? Es ist doch ein anderer Raum, oder? Hab ich nicht grad ein Buch aufs Bett ge... Ach du, okay. Ja, du hast ein Buch auf dem Bett gelegt. Und meins ist irgendwie weg. Mit deinem Lack am Boden. Lack hat er auch drin. Ne, ich hab's da, wo das Crucifix war, hab ich das hingelegt, das Buch. Überall ist drin, war Lack. Auf jeden Fall noch ein zweites drin. Oh, ne, die liegen beide auch im Bett, okay. Gut. Chemie, geh mal bitte raus. Ich will dem Geist entkommen. Er hat die Schuhe bewegt. Der hat auch gemacht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich glaub, der hat eben ein Crucifix ausgelöst. Ich hab das Crucifix aus Bett geschmissen. Das war kurz auf 10 hier, laut Anzeige. Aber Aufgabe zählt nicht, okay? 26. 26. Wie alt bist du? Entschuldigung. Eben, er füllt. Hä? 5? 5? Echt? Sicher? Ja, ne, wie ich hab halt jetzt. Ja, ja, warum hat's von mir eben nicht ausgelöst? Keine Ahnung, ist ein Gin. Bei mir ging's eben nur auf 2. Deshalb sagte ich definitiv kein EMF 5. Andrea, hallo schön. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ist ein Gin, wir könnten Strom ausschalten. Ich bin eigentlich immer dabei, aber manchmal schreibe ich nicht. Ist ja egal, ist ja egal, ist ja egal. Muss keiner Hallo sagen. Es gibt viele, die nicht hallo. Ein paar Lurker oder was. Hauptsache zuschauen. Spaß haben. Kommentieren auf YouTube nicht vergessen. Nachher nochmal. Mal Werbung gucken. Zurücklehnen, Bierchen trinken, Kippchen rauchen. Wie alt bist du? Er will nicht ja. Ah, jetzt will er ja. Oh, aha. Das läuft so aus. Ja, das war wohl nix. Trotz klebenen Räucherstäbchen. Ich verstehe jetzt aber nicht, warum die Kruzifix-Aufgabe. Ich habe das Kruzifix aufs Bett geschmissen. Die ist in der Ecke hinterm Bett gespawnt. Vielleicht nicht. Du musst sie in deinen Weg legen. Nee, da muss sie spawnen. Ich meine, fünf Meter Räucherstäbchen hat das Kruzifix. Jetzt haben wir keins mehr. Wieso haben wir keins mehr? Ja, alle beide drin sind. Es liegen beide drin und die Aufgabe ist nicht erledigt. Ja. Meins liegt da vorm Bett. Ich habe meins aufs Bett. Das liegt unterm Buch. Komm, jeder eine Pille. Achso, Hinweise haben wir ja schon alle, ne? Nimm die Pille, Netti. Das gibt es 55 Prozent. Sicher ist sicher. Oder wir machen jetzt noch das Fotoapparat voll mit Mieterbrettfotos. Ich wollte jetzt mal nochmal ein Kruzifix umlegen. Sind alle Türen zu hier? So, shit. So, ich bin jetzt mal ein Kruzifix. In der Garage sind auch Farbdosen umgeschmissen. Ich mache mal die Versicherung raus, weil wegen Gin. Ansonsten Rücherbrettfotos und ein gutes. Achso, ja, das Foto bringt nichts. Ja, doch, bringt Foto von toter Körper, aber bringt mir die Versicherung nichts. Wir haben eh nur noch ein Bild im Album frei. Dann mache ich noch gerade hier ein WeChatbrettfoto. Gut, ist. Oder? Weil Kruzifix scheint ja nicht zu funktionieren. Und wer hat der Jagd entkommen? Puh, puh, bin ich schlecht drin. Versuch das Kruzifix doch nochmal umzulegen, Jimmy. Ich habe eins da hingelegt, wo ich eben gesehen habe, wo sie gespawnt hat. Ich habe das vom Bett weggenommen und dann den Sitzsack da hinten. Da ist so ein Sitzsack. Oder muss man das an der Hand halten? Wo bist du? Das ist aber bei mir. Geht jetzt EMF nur auf zwei hoch, wenn ich das BeChatbrett befrage. Der Album ist jetzt eh voll. Jetzt könntest du nochmal warten drinnen. Also an der Tür. Dass es vielleicht auslöst, wenn sie nochmal jagt. Wie alt bist du? Wo bist du? Ich bin gerade hinten rum. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Jetzt wurde bei Null bis Jimmy, da geht es bestimmt sehr schnell. Wie alt bist du? Jetzt habe ich auch EMF 5, die Anzeige. Wo bist du? Ich will nicht handen. Wie alt bist du? Bin hundemüde geschlafen. Jo, kein Ding, kein Ding. Warum fragst du, wo bist du? Weil das BeChatbrett darauf antwortet. Das Brett da, dann bewegt sich das Ding und zeigt uns den Namen an. Und ich will, dass sie nochmal jagt. Weil wir im Raum Crucifix hingeschmissen haben und wir die Seiten auf... Oder Sidequest haben, so ein Crucifix auszulösen. Ich will, dass sie nochmal jagt, dass sie so ein Ding auslöst. Wo bist du? Jetzt bewegen sich die Buchstaben und sagen dann, welcher Raum das ist. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Jetzt fährt er auf die Zahl. Sechs. Boah, Hand? Keine Ahnung. Wie alt bist du? Jetzt kommt... Zwei... Wo bist du? Alter! Boah, jetzt stimme ich ja auch hier auf Twitch. Jo, boah, Lüchterlöchchen. Was gibt's Neues? Nix. Gut geht's. Heute geimpft worden. Wie alt bist du? Ansonsten nix Neues, nix Neues. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab jetzt... Ich hab die Sicherung rausgemacht. Vielleicht deshalb? Gin-Sicherung hindert Fähigkeiten zu benutzen. Hallo, Chimmy. Grusel-Chat. Reiner, hallo, hallo. Wie alt bist du? Sie will mich nicht jagen. Kann ich mal reingehen? Wo bist du? Ich bin doch schon auf minus 100 von Sanity, oder? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Ja, keine Ahnung, Netti. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Du drückst den Falschknopf. Margrit Smith. Margrit Smith. Joa, gut so fix. Keine Ahnung. In der ganzen... Circa 12 Stunden haut die Impfung rein. Was hast du bekommen? Äh, äh, hier, äh, Biontech. Nach 12 Stunden? Ja, dann hab ich ja Zeit bis morgen früh. 5 Uhr war die Impfung. Wo bist du? Haha. Komm. Margrit Smith, wo bist du? Schimmel das abhauen. In der Zeit hätten wir drei andere Jagdnummer. Wo bist du? Smith. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Du kleine Hexe. Ja, komm. Jetzt ist das... Pff. Wie ein Nikotin. Sie weht uns nicht. Intervenuös. Also noch merke ich gar nichts. Hier ist mein... Mein Pflaster. Was? Dann haben wir es ganz mitbekommen. Okay. Also hast du doch provoziert. So, anscheinend. So, was haben wir? Gin, ne? Alles drin. Alles dran. Alles drum. Wo ist es besser? Wo ist es besser? Werd ich hinzuschauen? Hütter oder Twitch? Hä? Irgendwie fair an. Mr. Nice Guy? Wachst du wohl hinschauen? Willkommen zurück. This job's ready for you. 165. Oh, geht's wohl. Wir haben den Knochen gar nicht gefunden. Haha. Gar nicht gesucht, ne? Schade. No, Highschool. Edgefield Street House. Willow Street House. Bullies, Delfarmhaus. Also die zwei kleinen Streethäuser. Ne. Zweistückiges Haus. Machen wir ein zweistückiges Haus, ne? Edgefield Street. Genau. 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 Ah, was da geht das, Leute? Seid ihr noch da? Ja. Ne, auch so schauen. Das ist egal, ne. Also YouTube wegen der Werbung halt. Auf Twitch kriege ich gar nichts. Auf YouTube halt für die Werbung, die einem am Anfang läuft. Ansonsten ist das egal. Also ich darf jetzt nicht sterben. Da ist jetzt alles von mir drin. Alles, was ich habe ungefähr. Fehlt noch einmal Kopfkamera und eine... Oh, starke Taschlampe ist schon wieder eine zu viel drin. Also, äh... Du kannst einmal YouTube starten, die Werbung anschauen und dann auf Twitch gucken, wenn du das magst. Auf Twitch ist die Latenz ein bisschen geringer. Auf YouTube kannst du halt die Auflösung verändern, wenn du das magst. Wenn du, äh, auf 720p oder noch niedriger gucken magst. Auf Twitch ist das ja immer so Zufall. Ich bin ja kein Affiliate oder Partner oder sowas. Da ist auf 1080p Streaming, kannst du auf Twitch normalerweise nur 1080p auch gucken. Das heißt, wenn du aber eine schwache Leitung hast, willst du manchmal auf 720p oder sowas gucken. Dann kannst du auf YouTube gucken. Also, das ist das YouTube für mich besser wie eine Werbung, aber ich kriege dann zwei Cent. Bei Twitch ist der Tonsynchroner. Der sollte eigentlich überall gleich synchron sein. Okay. Weil ich streame über Restream. Das heißt, mein Datenstream geht einmal zu Restream und die streamen das dann an YouTube und dann an Twitch weiter. Oh, wenn ich irgendwie Versatz drin habe, sollte das dann, wenn überhaupt, auf beiden Plattformen. Okay, keine Ahnung. Auf, auf, auf. Was war der Kindergeburtstag? 90 Prozent. Oh ja, alles gut überlebt. Und morgen kommt nochmal die Verweidenschaft. Ja, dann haben wir das erledigt. Da, wieder Kruzifix. 25 Sanity und ausräuchern. Ba, 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 in. Gehen wir mal direkt oben, gucken. Da, wieder Kruzifix. Das war's für heute. Oben ist ein Spind, bisschen auf. Den hab ich nicht aufgemacht. Ich vermute, dass er oben ist. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh, MR5. Hier ist ein Bild runtergefallen. Ja, hier im Flur, wa? Ich sag ja, hier der Schrank, der stand eben offen. Den hab ich nicht aufgemacht. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Was liegt denn da vor der Tür? Vielleicht, weil ich aus der Schweiz schaue, ist etwas bequemer und langsam. Aber Schweizer ist gut ausgebaut, was mobiles Internet angeht. Äh, nicht mobiles Internet, Internet überhaupt. Äh, können wir noch mal eine Kamera mitnehmen, wa? Ach, warte mal, bewegen wir es denn, da müssen wir nicht, ne? Kamera, abmachen, aktiv. Schreib ins Buch. 0,8 Untertitelung des ZDF, 2020 Bist du hier? Wo bist du? In der Box Ich habe gerade im Bad Licht angemacht Was haben wir jetzt? Box und? EMF 5 Onigin Onigin? Wir brauchen ein Buch Oder Ops Liegen glaube ich schon zwei Bücher oben, ne? Wer futtert da gerade Pillen? Keiner, ich bin mit Schwark und so noch vier Stück da Ok Hat sich nur so blöde angehört Ja Ja Los 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 Ich stelle mich natürlich genau in den Trank, der vorher schon offen war. Ich habe den jetzt also die ganze Zeit auf keiner Kamera gesehen. Ist der da oben überhaupt rumgetalpert? Nicht, dass der jetzt woanders ist. Mein Gehirn hat doch gar kein Stress. Ich habe doch gar keinen Stress. Ich habe keinen Stress. Ich habe keinen Stress. Man ist egal, vier mal vier hat vier Euro und 56 Cent ins Trinkgeldglas geworfen. Danke. Mach weiter so. Ist immer sehr angenehm dir zuzuschauen. Danke. Aber Schweizer Franken ist direkt nach Euro umgerechnet worden. Ich dachte wie so vier, fünf, sechs. Okay, keine Ahnung. Dankeschön, Dankeschön. Da sind natürlich alle Schränke offen. Also während der Hand habe ich den auf keiner Kamera gesehen. Hast du denn gehört, Don? Hast du Herzpumpen oder sowas gehabt? Ne, oder? Ja, ich habe ihn direkt vor dem Schrank gehört. Okay. Ich habe jetzt meine Kamera umgestellt. Guck mal bitte. Ich habe eine. Ja, ich sehe schon. Da sind ganz viele die ganzen Schranktüren offen. Aber macht ja nichts. Jo, genau die. Ja, Buch oder Orb? Pff. Pff. Ein Buch vielleicht umlegen. Keine Ahnung. Don und Netti sollte mal jemand eine Pille nehmen. Ach nee, wir müssen unter 25 kommen. Ich muss mal reingehen und ein bisschen runter droppen. Okay. Reinigen Sie den Bereich Räucherstäbchen. Komm. Aber das ist hier nicht zu sehen. Ich glaube, der ist gerade unten. Gleich mal Treppe hoch gucken oder hier die Kamera mal Richtung Treppe. Haha, ich sitze hinter der Waschmaschine. Bist du still? Ja, dann drück doch nicht auf B. Mach ich ja gerade. Ja. Hat schon jemand Räucherstäbchen dabei? Ja, ich habe es gerade weggeworfen. Okay, wir sind jetzt unter 25 Sanity. Netti bei 7, Don bei 12. Ich bin mir bei 46. Ne, wegen Ausräuchern. Mal mit Räucherstäbchen weggeworfen. Mal mit Räucherstäbchen weggeworfen. Der Hipscher wieder auf. Kommst du hier reingelaufen oder was? Don hat es gerade eben aufgehoben. Aber der hat kein Feuer dabei. Doch, ich habe Feuer abgelegt für ihn. Achso. Ich habe gar nichts aufgehoben, Netti. Ne. Dann gehe ich mal rein räuchern. Ne, du hast es abgehoben. Ich habe es gerade geworfen. Nein, ich habe es buchen und da hätte ich es doch in der Hand. Dann bleib mal hier, Netti, guck aufs Whiteboard, ob die Aufgabe mit Räuchern erledigt ist. Wenn ich gleich räuchere. Ja. Ich mache so lange Folgendes von Whiteboard, ja? Ich räuchere jetzt. Handgezählt. Dann ist er im Flur da oben. Okay, jetzt hat er eine Tür angetatscht. Er ist definitiv hier im Flur, okay. War eine Kamera umgesetzt? Schreib ins Buch, schreib ins Buch, schreib ins Buch, schreib ins Buch. Ja, komm dann mal raus. Schreib ins Eins der Bücher, schreib ins Eins der Bücher. Schreib ins Buch, schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Upp, nicht steppen, ins Buch schreiben. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Die Bücher will er nicht schreiben, er muss bestimmt wieder so ein verbuggter Orbs sein. Wie alt? Ich habe sie keine Orp, sie keine Orp. Bitte was? Wir haben keine Kruzifix. Liegt da oben drin, da oben, liegt da gar nicht. Achso. Liegt ja schon da, aber er löst sich aus. Und Orp können wir auch keinen. Soll ich mal wieder reingehen? Oh, da, also ich möchte ungern sterben, weil ich habe gerade ganz viel Sachen hier drin. Das ist für mich gerade sehr teuer, wenn ich sterben sollte. Alles gut. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Du kannst auf Nachtsicht aus- und wieder anmachen. Ja ja, an der Tastatur. frag mal wo bist du und versuch mal zu lesen was er schreibt oder sowas kann also dann sagen muss ganz viel zeug drin deswegen fragt er nicht lieber wegen um konkret zu wissen ob er denn oben im flur ist ich hatte bisher auch noch nie in einer in irgendeiner der kameras gesehen aber selbst dann wird es in der kamera sehen kruzifix ist auch nicht erledigt ich habe ihn gerade gesehen in der kamera ich habe ihn gerade gesehen in der kamera entweder ist er woanders und schreibt deshalb nicht in die bücher oder mit versteckten verbuggten orb kruzifix hat auch wieder nicht gezählt wo hast du diese runden aber ich will jetzt nicht jeder nicht mehr rein also wenn ich sterbe ich habe jetzt nur gesehen wie es die schranktür bewegt hat es ist da wo mein camp steht bei dem bild da am boden ich habe trotzdem nicht gesehen ich habe gesehen wie sich die schranktür bewegt hat ja doch du bist ganz böse über null ne ja ist nicht so schlimm ich will noch zweimal fragen ein paar fotos machen und dann gucken wir mal das buch nochmal umlegen ja vielleicht ist gut sie fix noch umlegen lass mich noch fix die drei fotos machen ja was haben wir denn schon anbeweisen wir haben erfurt box schön oder ohne das buchst strom an alter schwede der hat gerade hier die tür aufgemacht läuft bei dem erdgeschoss rum oder was ja ja wir sehen oben halt nicht deshalb hast du mal die frage gestellt wo bist du und mal gelesen was er schreibt 2 ja ich bin nicht weitergekommen weil der weil die hand anfing und hier hat auch einige fotos nicht funktioniert das letzte bild sieht aus als geist drauf aber ja ja ich habe und er ist dann auch abgehauen da gab es doch auch mal eine bedingung ist das phantom ja gut das haben wir nicht zwar es war wo bist du wo bist du girls bedroom genau girls bedroom die girls t t dann legt doch mal ein buch ein bitte ten b girls ten bedroom twin oder was hat der herr ja girls twin bedroom dann der bewegte gerade die tür aber ich will nicht rein sie ist nicht im flur die werden wir alles im flur liegen aber gut wenn kruzifix jetzt ausgelöst ist wir haben frage klar gerne gemunden und dann und dann und dann und noch so rum und lege haben sie doch fallet zeit liegt oben im regal haste gott 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 Hier in dem Zimmer ist er Hat im Flur Licht angemacht? Jetzt sehen wir im Raum nichts, weil da Licht drin an ist, wa? Wo ist die Sicherung? Keller Keine Sorge, du kannst dich da verstecken Aber als du die Cam eben umgestellt hast, habe ich keine Ops gesehen Also es wird auch erklären, warum die ganze Zeit die Sicherung drin lässt Da könnte es ein guter Gin sein Weil da ist ja hier mit Sicherung raus, da ist ja Ginny inaktiv Wäre dann aber Orb Haben wir auch Geisterbox? Ja ja Wir sind am EMF und Box, das waren die ersten zwei, die wir hatten Oder die einzige zwei, die wir haben Ja, ein Uni kann es nicht sein Dann hast du auch ein Buch umgelegt? Versuch mal ein Buch aufs Bett zu legen Buch habe ich auch umgelegt, ja Ah okay, weil Auf dem Bett würden wir es vielleicht in der Kamera sehen Mach Don das hier alles ganz alleine Ja Ach schon wieder Hand Scheiße Ich würde in der Union sterben Ich habe wirklich ganz viel diesmal drin In den Keller Ja Ja, auch die kleinen Häuser können lange dauern Ja, keine Ahnung spinnen Ja, nur gleich Ja, Pils sind alle Wie viel sanity habe ich denn noch? 50 Jetzt 45 Ja, das Buch schaffe ich noch umzulegen. Hast du mal auf die Kurzefixe geguckt oder jetzt schon mehrere Zacken mittlerweile fehlen? Die Aufgabe ist ja... Hat gerade in dem Raum eine Tasse geschmissen aufs Bett, okay? Dann ist das ohne. Wir haben die Sicherung rausgemacht, ne? Da, vor dir! Im Bett ist sie gespawnt. Scheiße. Und wieder in den Keller. Der Keller ist safe, das ist die Spinde. Wir haben ein Buch. Wir haben ein Buch. Perfekt. Waren wir nur die ganze Zeit im falschen Raum, wa? Wir haben gedacht, im Flur. Und eben als EMF ausgeschlagen ist, bin ich ja mit... Das hatte ich ja in der Hand gehabt, als es auf fünf ging. Da war ich im Flur, bin extra in den Raum reingegangen und dann ging EMF wieder weg. Deshalb ging ich davon raus, er sei im Flur. Ich hab Uni schon eingetragen. Dann komm raus. Ich will jetzt ne Kleinigkeit essen. Wie lange dauert denn das? Zehn Minuten. Das läuft doch bestimmt ne Willis Spiel zu zweit, oder? Da. Ja. Da. Da. Hast du Jimmy ja, ne? Ja, ich hab auch Souvenir mitgenommen, guck mal hier, an der Uhr. Ja, aber ist aber lange, ne? Für die kleine Map. Aber dann beim nächsten Einsatz gleich eins. Ah, zum Statistikursprung. Ja, Nettie will was essen gehen. Ja, da könnten wir ja schnell zu zweit einmachen, aber wenn Nettie jetzt schon weg ist, kriegst du die ja jetzt hier in Schaden. Ja, Nettie, hüpf mal schnell kurz raus. Danke, Nettie, für den Raid. Bitte, bitte. Ja, supi. Danke, Nettie. Ja, entweder die Willow oder das Edgefield, das ist ja auch das kleine. Nee, es ist wieder das große, das Edgefield. Tanglewood, haben wir auch. Mach, mach Willow, das kennen wir. Das ist nicht der Willow. Mach mal Willow. Du machst alles rein und ich mach den Todesmutigen, falls es darauf ankommt. Ja. Dann kann ich nichts verlieren, nach dem Motto. Ah, doch jetzt, sag mal. Jetzt fühlt es sich so ein bisschen, als hätte man auf die Schulter geboxt, so. Boah, solange der Arm nicht abfällt. Noch eine starke Taschenlampe. Ja. Statife, brauchen wir die. Oh, ja, im Zweifelsfall kann man die auch benutzen. Wird noch besser. Aber die Pieks selber habe ich gar nicht gemerkt. Die hat ja gesprüht und Gewicht und meinte, jetzt piekt es kurz und ich sag, wann denn? Ja, ich bin schon fertig. Da hat die die da in der Zwischenzeit schon reingedrückt. Aber ich muss sagen, super organisiert. Ich war im Impfzentrum hier bei uns gewesen. Kannste nichts sagen. Parkplatz schon gewiss eingewiesen. Da parken, dann dahin gehen, alles bereit halten, Ausweis rausholen, blablabla. Los ging, zack, zack. Wir haben auch wieder Crucifix, Bewegungssensor und Teammitgliedsverzeuge werden. Du hast Futter beraten, ne? Jawohl. Ja, wie gesagt, bisher gar nichts. Trinken kann ich ja auch ohne, dass ich irgendwas habe. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir sein Zeichen. Wie alt bist du? Sicherung ist drin. Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du im Keller? Wo bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wirf den Hammer. Wie im Bad. Da war ich doch gerade. Na ja gut, du musst ja nicht auf die Box antworten. Ja, feier AMF. Ich habe ein Buch dabei. Denken wir gleich mal rein. Oh, Steps hier im Flur. Warte mal, hier ist was gefallen. Noch was? Aber wo? Echt alles im Bad? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Also ich habe eben zwei oder drei Sachen fallen hören. Aber hier im Bad ist doch alles an Ort und Stelle. Wow, das war dann glaube ich das Geister-Event, wa? Ja, denke ich. Bist du hier? Wo bist du? Hast du schon Knochen gesehen? Nein. Ich habe im Keller jetzt aber auch die zwei Räume nicht geschaut, weil du sagst, das ist hier, da bin ich hochgekommen. Manche hat ein Tauberkuhlende Fingern und ein paar Übelkörle angewandt. Ja, ja, müde, schlapp. Das ist ja so die allgemeine... Nebenwirkungen, ne? Mal gucken, was noch kommt. Ich habe morgen ein Haus voll Gäste. Ali, ali. Komm, acht Mann, komm. Die sind alle schon geimpft. Durchgeimpft. Meine Eltern sind durchgeimpft. Schwieger, Vater ist durchgeimpft. Können wir noch mitnehmen? Na. Das. Ja, ob jetzt schützt. Man lässt sich ja auch gegen Tetanus und Diphtherie und weiß ich was alles impfen. Warum da nicht gegen sowas? Man, bisher habe ich mir auch nie Grippeschutzimpfung oder sowas geholt. Hat gerade die Tür hier vom Bad bewegt? Ach, schon wieder angehaucht. Aber hier, wieder hier im Flur. Hier haben wir noch Gefriertemperatur, oder? Flur 2,9 Grad. Ich habe doch gerade sogar mal an Atem gesehen, oder? Hier, Minus. Fingerpatscher auf der Kellertür. Wasch-Maschinen-Gang. Wasch-Maschinen-Gang. Die Tür hat jetzt gerade angetatscht. Ganz eine Menge, oder? Ganz oft Klick-Klack gehört. Alter, hör auf mich immer! Kellertürpatscher, Badezimmertürpatscher. Ich ruhe mal eine Kamera. Nee, komm mal her, ich hab. Schon wieder, Alter! Hier auf der Badezimmertür, hast du den? Keine Ahnung. Also das recht sind doch mir mit Herzschlag. Was haben wir denn bis jetzt? Nur Fingerabdrücke, ne? Ich hab mich hinter der Tür versteckt, hier. Da hat die zweimal aufgemacht, hab sie schnell wieder zugezogen. Also es funktioniert, wenn man die Tür wieder zuzieht und wenn man die aufmacht, wenn man sich hinter versteckt. Fingerabdrücke haben wir, ja. Und sonst nix, ne? Und sonst nix, ne? Na, ah, verdammt. Nacht, Alpha. Mal rausgehen, Pillen futtern, oder? Jo. Ne. Steh in ihm. Rechte Tür sind auch Patscher dran. Rechte Tür sind auch Patscher dran. Ja. Ja. Ja, ich hätte mir noch eine Auge für noch. Oh, ich nehme doch beide. Ja, wir können auch noch reinnehmen. Noch eine Foto, äh, Videokamera. Bewegungssensor. Kurz fix. Welche Zeit ist jetzt, äh, der Patscher von der... Rechte Türe innen. Rechte Türe, ja. Warte, 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 warte. Ah ja, ein wenig kalt. Hier ist noch ein Patscher. Ich mach die Tür zu, der macht sie wieder auf. What? Dann macht sie wieder auf. Ist er da im Schlafzimmer drinne, oder was? Viel Spaß, ich bin draußen. Toll verzerrt, guck mal. Ist er fertig? Nö. Ist grad Hand. Das sagt, das sagt aber einiges, ne, dass er bei dir nicht handet, aber bei mir ja. Also er jagt unter 50%. Ja, ja, machen ja alle. Bewegungssensor haben wir noch nicht. Kurz fix haben wir noch nicht. Ja, wer wissen doch gar nicht, was wie geil es ist. Doch, wir haben gefriert Temperatur, ne? Genau. Die BF war eben auf 4. Hm, ob das noch höher geht, keine Ahnung. Gespenst und Benji. Wieso, was haben wir denn noch? Gefriert Temperatur, mehr haben wir nicht, oder? Gespenst haben wir Box. Ja, was ist der zweite Hinweis? Gefriert Temperatur. Und Benji haben wir EMF Flimme 5. Ja, ja, Gefrier und Fingerabdrücke haben wir. Ja, ja, Fingerabdrücke. Also EMF und was? Wir machen die ganzen Zeitfotos. EMF war's und... EMF und Box. Ja, Box wollte ich eben nicht. EMF war auf 4. Okay, da brauche ich keine Kamera mehr reinstellen. Okay, cool, cool. Wo bist du? Du willst ein Zeichen. Okay, dann wünsche ich dir diesmal viel Spaß. Sowas! Wo habe ich alles mitgeshen. Wo ist er, wo IS er nachher? Innen sutEND D jaw. Be cling! D acel. Musik Oон, und K couch auf Basel. Oh oh bist du hier wo bist du wo bist du bist du hier gib uns ein zeichen bist du hier wie alt bist du bist du hier ist das wieder wie ein Fickgeist ey was für ein ding also ein Yokai kann es ja nicht sein wo bist du bist du hier gib mir ein zeichen wo bist du dass das kruzifix sich auslöst kann natürlich daran liegen wenn es gespenst ist wo bist du bist du hier fünf immer fünf immer fünf immer fünf hast du gerade die Tür hinter dir zugemacht ne 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 war auch gut ne ja du kriegst raus so siehst du mal wir haben doch das Fotoalbum nicht so voll Fingerabdrücke oder abwarten Netti will wieder mitspielen ne ja das kruzifix keine Ahnung warum das nicht äh auslöst warte mal ne wirkosensor hat gezählt ok sonst geh ich allein rein dort das ist alles dein Zeug hier wenn ich sterbe macht's gar nichts wenn du stirbst ist alles weg achso ja du wolltest das Opfer machen genau ok du rein genau ne also wenn du da jetzt noch Risiko gehst muss ja nicht ja nett die Welt schottest du Joker also nicht immer aber hoff den Patscher haben wir schon hier ist zwar eine Glasscheibe oh guck mal da haben wir noch ein Patscher was gab's schönes zu essen Daddy Prachtest natürlich wie bitte Prachtest natürlich uuuh lecker haben wir die Kellertür schon ich mach nochmal was ja die Kellertür haben wir schon das Netz hat nicht gezählt boah ahja nix verloren ok ich drück aufs Knöpfchen ne Benji hast du eingeloggt das Problem war jawohl jawohl der Geist hab ich den zu schnell gesehen ich weiß auch nicht ob da ein Safe Spot ist ich glaub da ist auch gar kein Safe Spot wo ich mich gerade hinterm Schrank versteckt hab ne muss jetzt wohl auf die Schnelle nicht wohin ja den Arson hat gestern auch hinter der Waschmaschine erwischt also wenn er dich sieht und er ist dran ja aber der hat auch gequatscht ne der quatscht doch immer ich weiß ich bin der Meinung auch wenn man Push to Talk an hat und dann redet dass der Geist einen trotzdem hört ich bin ich mir nicht 100% sicher aber ich glaube es zumindest weil wenn ich immer am Anfang hier mein äh das Spiel starte und den Soundcheck mache das funktioniert auch wenn man den Knopf nicht drückt den Push to Talk Knopf bin ich mir aber nicht zu 100% sicher du died genau aber also das war geplant also go weil äh ich hab nix drin gehabt an Equipment und hab gedacht dann mach ich Risiko ich? also machst du gar nix rein Netti jetzt ne? und wenn du da zum sterben reingeschickt wirst dann ist es egal weil du verlierst nix weil grad eben hatte jetzt grad in der Runde war alles von Don da hab ich gesagt ich mach wenn es irgendwie ums Opfer geht ok was fehlt noch äh eine Kopfkamera Räucherstäbchen also ansonsten muss ich jetzt überall auf alles klicken Moment jetzt haben wir schon wieder was zu viel ne? Kopfkamera ist eine zu viel jawohl und starke Töschlappe starke Töschlappe ok ja äh was nehmen wir überhaupt? äh Taglewood Street Prison, Bleasdale Farmhouse, Willow Street äh nur drei Stative? für fünf Kameras? ähm ja mach ein bisschen dazu ja die Stative sind nicht so wichtig die Kameras Töschlappe Töschlappe ist wieder das kleine Bleasdale Farmhouse hm Bleasdale hat schöne Spinde hinten ja mach nimm mal Bleasdale 3002 ja immer wieder ne? juh Norddon ist schon 210 der hat aber ein paar Level verloren weil er Spiel neu installiert hat und irgendwas zwischendurch nicht gespeichert hatte das leppert sich halt zusammen aber wenn du hier auf YouTube guckst ich gucke diesen InSim der ist mittlerweile Level 5000 haha der hat irgendwie 250.000 Dollar und jeden Gegenstand 99 Mal der ist Profi in dem Spiel ohne Scheiß deshalb guck ich den auch immer ach ich wollte mal aufs Klo gehen ach ich geh nach der nächsten Runde denk mal mit dran dass ich nach der Runde mal aufs Klo gehe ja ja und ab Level 50 glaube ich kann man kann man alles kaufen was man kaufen kann also ab Level 50 bringt sie eh nix mehr die Level aber es kann man halt so ein bisschen mit Posen von mir ich hab ja und gehe schnell dass er auf Level 312 ist aber auch weil sie letztes Mal gespielt haben während der Jagd räuchern Rute vom Geist und Bewegungssensor dann du machst die Fotos ne ja dann du machst die Fotos ne das ist doch direkt hier vorne ist doch jetzt auch drin schmutziges Wasser hat man schon Ewigkeiten nicht mehr ne ja schön Ewigkeiten schmutziges Wasser hat man schon Ewigkeiten nicht mehr ne nettje was hast du? EMF? nimm nein wo bist du? bist du hier? Die Schränke hinten habe ich aufgemacht, die Spinde. Ach, die Spinde, okay. Lass das Telefon klingeln. Wo bist Du? Bist Du hier? Zeig Dich! Hast Du irgendwas Lächtern gemacht? Ja, habe ich. Schritte? Es ist der dritte. Dachboden, kein Knochen, kein V-Jobrad. Wo bist Du? Bist Du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist Du? Bist Du hier? Wo bist Du? Zeig Dich! Wo bist Du? Bist Du hier? Wie alt bist Du? 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 Ich schmeiß das Gurkenglas um. Man hat schon wieder einen Knochen gefunden. Ah, hier in der Küche liegt der Knochen. Bist Du hier? Wo bist Du? Wo bist Du? Hast Du ein Foto 4? Ja, ein Foto. Hallo. So, gute Nacht. Jo, Hope. Ja, eine gute Nacht. Danke für's einschaltet. Du wirst dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Nacht dir, Hope. Tjo. Der lässt sich wieder bitten, der Geist, ne? Wo bist Du? Gib uns ein Zeichen. Bist Du hier? Bist Du hier? Wo bist Du? Oh, ja. Hast du ja schönes Ausblick auf die schmutzige Toilette? steckt er ist oben ich bin gerade fast komplett durch das untere durchgelaufen wo bist du da ist nur eine vermutung Treppe hoch Treppe hoch Flur bist du hier wo bist du gib mal ein Zeichen wie alt bist du wo bist du wie alt bist du hier liegt Teddy vor der Waschmaschine der lag vorhin nicht da bist du hier wo bist du ich hab keine Ahnung kein EMF kein nix jüdischen Ted oder Sitz Ted hinter die Tür hier es müsste Bewegungssensor erledigt sein wie alt kann es sein wie alt ist wie alt ist wie alt wie alt ist wie alt wie alt ist Haben aber alle überlebt, oder? Ja. Ja, bis auf Nettie sind wir beide auf Null gewesen. Steht erst eine Cam drin, ne? Ja, nehm ich mal eine mit. Ich hab die da rein gemacht. Na ja, ne, alles gut. Dann nehm ich doch was mit hoch. Also wir vermuten ja jetzt nur, dass er da oben ist. Aber ne, dann hat er nur Temperatur gehabt, ne? Ja. Wir waren 7, 7 Grad. Viel Spaß, Nettie. Nett, wir gehen durch die Strindel. Was ist denn noch da? Oh, neun Mann auf Twitch. 16 YouTube. Wart alle willkommen. Mit Spaß mit Gruseln. Ja, so weit. Ja. Es ist immer noch, es wird nicht langweilig. Na, eben hier 103er Puls gehabt, was ich mich erschreckt habe. Also, das bietet immer noch sehr viel Spielspaß. Auf allen Dingen, wenn man immer mit denselben zusammenspielt. Da ist man irgendwann ein eingespieltes Team. Oh, ich glaube, ich werde netti keuchen. Kann das sein? Nein? Ich dachte gerade, ich wäre so... Oh, guck noch! Oder? Ah! 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 Da hätte er mich jetzt eben schnell gerannt. Ich glaube nicht, ob wir sind aber 16 Grad. Also, ich bin die Treppe hoch, da waren sieben Grad. Jo, auf der Treppe. Todes Budi ist mitten im Raum und kein Geister. So, oben hatte ich 17 Grad und die Treppe runter waren es dann 7 Grad. Also, auf der Treppe. Auf der Treppe. Ich da hin wegen. Aber wir sind gerade alle drei die Treppe runter geraten. Ja, siehst du nicht, dass du da spunt? Das ist gerade gar nichts passiert hier. Also, ich gehe nicht nochmal da hoch. Immer wenn ich da oben bin, fängt der Hand an. Don, hier ist es 8 Grad. Jo, dann lass uns den Schnulli hier her ballern. Hier oben. Ich habe auch keine Hand frei. Ich habe auch keine Hand frei. Ne, hier ist es auch 5. 6. 7. Okay. Bist du hier? Wo sind denn die Bücher? Wo sind denn die Bücher? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo sind denn die Bücher Hand an? Da schon wieder. Ja. 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 Ja... Ja. 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 schafft es ja nicht mal bis runter hier extra räucherstäbchen in der hand ich habe die nicht zugemacht nein ich hab die nicht zugemacht nein bist du hier wo bist du die tasse hat er runter geschmissen ja im f3 ok bist du hier wo bist du schreib ins buch kruzifix hat übrigens beide zacken weg also wir haben schon zwei hans verhindert wir haben noch gar nichts und gar nichts 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 gar nichts bewegungssensor haben wir geschafft ja ja aber Hinweiser oder keinen ne nö da ist auch wieder so ein bewegungsensor gelaufen da ob oder oben rechts ganz schnell von oben rechts vom regal nach zur mitte hin da siehst du ihn sag mal wo er ist der ist oben oben da bei der treppe bei der treppe bin ich er kommt jetzt Richtung treppe jetzt gelaufen der treppe runter das räuchern hat gezählt ach das gibt es nicht war da jetzt eher achi kack war das jetzt eben ein orb den ich gesehen habe oder nicht äh äh ja eine pille haben wir noch sagste das war doch gar wieder ein orb oder nein nein ist das die einzige kamera die ihr habt ja eine noch in der treppe die da in den einen raum reinguckt aber ich meine hier am regal rechts eben ein orb gesehen zu haben ich versuche mich gerade zu motivieren ja nein 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 verkackt das meinte ich vorhin das gefühl da irgendwo ist umgefallen ja guti hier stehe ich meine cam hin ja der andere gang zählt bestimmt noch nicht dazu juhu wir haben buch hier in der treppe EMF 3 ja gut noch ein foto vom geist jetzt wird es schon noch in kameras gucken gehen aber wir haben sonst noch gar kein hinweis doch du warst ja ja fingerabdrücke hat man einer fingerabdrücke guckt zumindest fehlt eine lampe oder wir haben nur eine mitgenommen knicklicht ein paar länder wo ist deine kamera jetzt hingestellt gut abgedeckt jetzt ja wenn ob er will ob sehen oder das einfach mal so stehen ich gucke ein bisschen ihr könnt ja noch mal nach fingerabdrücken achtung geist 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 foto foto vor der bahrtür die hand also da der ist gerade die warte doch mal mache zurück der ist gerade vor der bahrtür gesporen noch mal weiter die die gott ist auf dem dachboden da kommt sie da kommt sie auf dem dach oder wo ab und runter jetzt auf die zweite etage ich bin im spinnt okay alles gut also gespawnt ist sie direkt vorm bad da ist ja schon das komplett aufgebrauchte kruzifix ich habe jetzt aber den orb auch gesehen fingerabdrücke spirit revenant hunt 2 revenant ist es nicht dafür ist es zu langsam ist er denn super langsam weil hunt 2 ist ja langsamer wenn es warm ist box oder 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 Das war's für heute. Revenant wäre noch EMF5. Also Box, Probe, EMF. Ja, suche ich gerade, wo ist denn das? Sicherung ist draußen. Mach mal schnell rein, Nelly. Ach, Chemie macht schön. Ach du Scheiße, alles knapp. Da ist der blöde Arsch. Aufgrund der Anzahl der Fingerabdrücke würde ich auf Handtut tippen. Ja, das ist vielleicht ein verpackter Urbe. In der Küche beide Türen, obwohl der oben rumläuft. So, der ist gerade runter. Der ist gerade unten. Hand vorbei. Eier, Eier, Eier. Hat er noch ein paar Fingerabdrücke hinterlassen? Ach, Timmy rangeh jetzt zum Spin. Ich sehe ihn ja. Ich wollte mal mich gerade rein. Ich komme zu dir und spinn, Jimmy. Problem ist, ich weiß nicht, welche Fingerabdrücke ich schon fotografiert habe. Die auf den Türen. So, jetzt kommt er zu dir Richtung Jimmy. Weg zu dir. Im Bad und auf dem Rückweg. Und fertig. Mein Fotoapparat ist voll. Also im Bad hat er gerade auch die Tür angetatscht. Wir haben nur ein Foto. Mein Fotoapparat ist aber leer. Mit Handtutippen. Wegen der vielen Fingerabdrücke. Aber ist er denn langsam? Don. Der ist langsam, wenn es warm ist. Ja, eben, eben. Und wenn es kalt ist, jagt er schneller. Deshalb hier meine Frage, ob er langsam ist. Bei Revenant, der würde ja schneller. Der wird nur schneller, wenn er einen sieht. Der wird auch so schneller, weiß ich nicht. Sonst tippen wir Handtut und fahren weg. Weil ich hab mich im Spind versteckt. Gerade aus dem Spind rausgelaufen. Zwei Türen weiter. Wieder Handt. Zurück zum Spind gelaufen. Wieder aus dem Spind raus. Wieder Handt. Wieder in den Spind zurück. Ja, ja. Das war ja eben bei mir auch so. Ich wollte zweimal hochgehen. Und auf einmal hat er zweimal Hand angesetzt. Bei mir aus können wir auch. Da müssten wir eigentlich Orbs haben. Mach ihn Handtut. Bei der Anzahl der Kameras, die wir hier stehen haben. Wir haben eigentlich Knochen gefunden. Wir haben keinen Knochen gefunden, nein. Doch, doch. Zumindest ist er fotografiert. Da hat er hier noch eingesammelt, ne? Das vierte Bild ist Knochenbild. Ach ja, na klar. Wir waren doch in der Küche. Ja, genau. Interaktion. Das Buch. Fingerabdrücke, 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 und ein Bild haben wir noch frei. Aber da muss ich es nicht unbedingt machen. Nur der Hand zu tippen und dann aufs Klo gehen. Ja. Ihr könnt los fahren. Ich bin auf Toilette. War ja richtig, dass ich mein Zeug reingetan habe. Jo. Oh, oh, oh. Ey. Jawohl. Gut, dritte Aufgabe nicht erledigt wurde vom Geist, aber die 10 Dollar extra. Der hat 10 Jagden? Ja, der hat ja null Ereignisse. Der hat ja nachher nur noch gejagt. Zeit im Geisterraum? 2,38 bei fast einer halben Stunde. Keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass danach auch immer steht, der Geist war in diesem Raum, oder sowas. Keine Ahnung. Aber dass wir die Orbs nicht gesehen oder nicht gefunden haben. Keine Ahnung. Ich muss mich dann auf Pipi-Klo. Magda. Prison, Edgefield oder Willow? Mir ist so gut. Jo. Ich bin mal schnell Pipi. Bis gleich. Ja. Äh, bis gleich. Bis gleich. Tруш. Tersch. Bescheid. Tersch. TI. Tatore. G libert 위 Holden. Pause. Was竟 выбere weck. Ttr. Tthe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie Party Party? Was Party Party, Nettie, hä? Party Party? War ich weg, bin oder was? Nein! Ist schon wieder alles voll, mach ich jetzt das Opfer. Äh, nein? Ist alles voll. Ich mach das Opfer. Kerzen kann ich noch hinzufügen, aber wir brauchen vier Kerzen. Drei Videokameras. So, bereit. Ist voll! Ne, warte doch, hier, EMF-Räder können wir noch reinmachen. Und, äh, Kerzen. Ruht sich nix, Videokamera. Ne, ich glaube, da brauchen wir keine mehr. Bewegungssensor. Das Gehirn hat doch gar keinen Gewissen. Ich hab doch gar keinen Stress. Ich hab doch gar keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Das ist das geilste Ding. Das kein Stress ist echt so. Ich find's selber geil. Ich hab keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Jo, bereit und auf dafür, oder? Ja, der Dom ist noch bereit. Ja, der hat grad ein Pridim gemacht. Der ist da. Ah, warte mal. Bier ist auch schon wieder alle. Alle Köstritz haben wir heute. Lecker Köstritzer Schwarzbier. Mal was anderes. Das ist da in den Altpapier. Das da. Hinten. Das auf. Hast du schon mal die Hosen voll? Nöööö. Du musst nur grad mal schnell pibles auf machen, weil der Blase voll war. Schnapp hier. Hallöchen, Hallöchen. Also ich erschreck mich immer noch zwischendurch, Schwarz. Aber richtig die Hosen voll wie am Anfang.. Nöööööö. Schon länger nicht mehr. Nööööö. Läuft. Alles schön, alles gut. Du erschreckst dich mehr, wenn ich zur Türe Mariacht komme. Das auch, genau. Ein Foto vom Geist, während der Jagd verjagen. Und Bewegungszentrum. Netti ist kurz afka. Äh, Taschlampe vergessen. Ne, ich hab Taschlampe in der Hand. Schlappich, wie geht's dir? Alles gut? Ich hab auch leider nichts mehr gehört. Von dir. Hast du ein Knochen gefunden? Den Fotoapparat hörst du echt über das ganze Haus, ne? Ja, dann hörst du mal ganz genau auf irgendwas zu halten. Knochen oder Wieserbrett? Warte, ich guck nach. Ja, Knochen gefunden, okay. Knochen oder Wieserbrett? Das ist doch wieder da. Reacherbrett. Willkommen back. Hast du eine Hand frei dort? Nee, wa? Nee, ich bin gerade... Oh! Klavier hat gespielt. Wo ist das Klavier? Hier unten. Der Ball liegt im Flur? Ja, okay. Hast du schon ein Foto vom Beecherbrett? Nein, ich habe kein Fotoapparat. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wir haben Bock. Ja, ich habe nichts. Vor dem Klavier. Gute Wässerung, Schnappi. Du hast halt Hand geschrieben auf der Schulter. Arthrose. Fingerabdrücke. Auf gut Glück gerade fotografiert? Ah ne, du hast die Lampe dabei. Okay. Fingerabdrücke. Ja, ja. Hast du auch die UV-Lampe? Nee, nee, nee. Ich hatte eine Lampe dabei. Ah, ich wollte gerade sagen. Ah, das ist nicht gut Arthrose. Das kriegst du nicht mehr weg. Das ist scheiße. Spirit, Gespenst, Foltergeist. Genau. Bewegungssensor check. Netti, nimmst du mal mit den Knicklicht. Nicht mit. Einfach dazwischen werfen. Knicklicht. Schnelldruck. Einfach. Treiblingsbrook. Treiblingsbrook. Steak. Streak. Hm, Sanity? Hm, okay. Nimm mal trotzdem meine Pille. Altersbedingt. Ja, 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 ja. Aber trotzdem. Immer Kaka. Von den Schultern. Jetzt den Arm gar nicht mehr bewegen. Das ist immer scheiße. Ob. Am Tisch. Die Camp, die ich gerade aufgestellt habe. Ja. Ja. Joa, Witcherbrett. Tuch voll machen. Okay. Ja, oder noch mehr Fingerabdrücke. Geist? Dafür hat er aber jetzt wenig rumgeschmissen bisher, wa? Na, wir haben Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorps. Wie alt ist er? Na, während er jagt Räuchern und ein Foto vom Geist. Boah. Muss nicht sein, ne? Das könnte doch mal beides in einem machen. Boah. Muss nicht sein, ne? Warte mal, ich versuch mal. Kannste nicht beides in einem machen. Du musst ein Feuerzeug rauserstimmen, du hast eine Fotokamera. Du musst die Tasche labieren lassen, oder was? Ne, ne. Du... Du hast... Du nimmst den Fotoapparat in der Hand, befragst das Witcherbox, dann schmeißt du den Fotoapparat weg, wenn du fotografiert hast und schnappst dir das Räucherstellen. Ach so, ja, 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 ja. Du bist mit dem Kettenraucher. 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 Du bist mit dem 20. Kip heute Abend, ne? Was ist denn bei dem gemütlichen Sitz? Kippchen, Bierchen, zocken, streamen, batschen. Super, dem Spiel wird nicht so viel gechattet mit euch. Ich bin heute auch gespannt. Du? Wie alt bist du? Ich hab mir Pille genommen, ne? Was sieht jetzt hier nicht aus? Wie alt bist du? Äh... Aber 53 könnten so mal. Bis du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Die eine kämpft da hinten in der Ecke, ist nicht an... Oder... Achso, ich meine... Ist doch egal... Ja, aber... Wie alt... ACH! War jetzt, äh... Crucifix, wa? Ja, der wollte handen... Hat mich stattdessen von ins Ohr gehaucht... Ja, ja... Ich hörte erst das... Und dann macht es... Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Versuchst du Fotos zu machen? Crucifix hat aber noch beide Zacken dran... Und hat von euch auch noch einen Crucifix reingelegt... Foto hab ich... Entweder du oder ich, ich hab auch drauf gehalten... Was ich... Ach, shit... Wir hatten noch ein Foto frei... Wir haben zwei Geisterfotos... Meins zählt nicht... Ich dachte, wenn du noch ein Foto frei hast... Sorry... Ja, das eine ist aber ausgegraut... Die Sternchen oben... Oder das Wort Geist ist ausgegraut... Ja, egal... Buch ist voll... Können abfahren... Oder willst du jetzt echt noch räuchern gehen? Muss ich nicht... Also in der Zeit, wo wir hier warten... Dass wir räuchern können... Dann haben wir schon zwei neue Missionen gemacht... Ja, genau... Warte, warte, warte... Poltergeist, ne? Vierter Advent, ja? Jetzt wird's langes ab... Ah, ja... 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 Wir haben gedacht, ich mach die Kerzen doch grad alle an... Drei Ereignisse... Keine Jagd... Ja... Gut... Äh... Asylum... Bleasdale Farmhouse... Willow Streethouse... Nochmal die Willow... Bleasdale... Oh, Bleasdale... Ist schon wieder alles voll hier? Oder kannst du was rein tun? Videokameras fehlen noch... Gute Nacht, Moppa... Gute Nacht, Moppa... Schau weiter bis ich schlafe... Also erzähl weiter... Jo, mach ich, mach ich, mach ich... Immer schön... Kippchen, Bierchen erzählen... Es war einmal von langer Zeit... Da lebten ein Brüderchen... Und dann ist es... Ne, wie geht das mit Hänsel und Gretel? Hehehehe... Ja, ich muss mal so eine Einschlaf-CD oder sowas aufnehmen... Das sind doch Horrorgeschichten... Das sind doch Horrorgeschichten... Ah, ah... Krimische Märchen... Das sind alles Horrorgeschichten... Naja, die ursprüngliche Geschichte... Die waren richtig brutal alle, ne... Ich weiß nicht, wie die... Wie die eine Geschichte heißt... Äh... Da hat eine... Da hat eine Prinzessin... Irgendwie ein entsprechendes Pferd oder sowas... Und dann... Die Stiefmutter lässt dem Pferd den Kopf abschlagen... Und unter dem Tor aufhängen... Und immer wenn die... Das Mädchen durch das Tor lief... Hat das Pferd mit ihr gesprochen... Und nachher... Am Ende der Geschichte ist die Strafe für die Mutter... Dass sie in ein Fass... Gesteckt wird... Und das Fass mit Nägeln beschlagen wird... Und dann wird es in den Berg runtergerollt... Ich hab das Wort Zwergnase... Ja... Falfalala oder sowas... Der du da hangest... Oder das, ja... Genau... Warte mich noch mal... Blicken lassen bevor ich schlafe... Jo... Bretti... Eine gute Nacht... Was fotografierst du? Schön, dass du da mal reingeschaut hast... Hä? Hast du dir auf gut Glück Salz gestreut, Netti? Oder schon irgendwas gesehen? Ja... Weil ich da Schritte gehört habe... Oh... Ja... MF3... Im Badez... Hier im Badezimmer... Wo du Salz gestreut hast... MF3... Da ist auch gleich irgendwas gefallen... Oder geworfen worden... Aber ich sehe nicht was... Aber hier hab ich MF3... Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen... Wo bist du? Bist du hier? Buch! Bist du hier? Bist du hier? Netti fotografiert das Buch mal! Ich hab doch kein Fotoapparat dabei! Achso! Ich komm gleich! MF5! MF5! Bist du aber ein netter Geist hier? MF5! 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 Oni würde ich jetzt gerade eher direkt tippen, wegen hoher Aktivität. Der hat instant ins Buch geschrieben, als du das Buch hingeschmissen hast. Ich hab das da hingeschmissen. Ja, sag ich ja. Der hat instant ins Buch geschrieben, als du es hingeschmissen hast. Salz ist auch erledigt. Für Oni bräuchten wir was noch. Für Oni bräuchten wir doch eine Box. Hatte mir aber nicht geantwortet. Die Box liegt oben. Als fährt das Fall der Lage. Irgendwie sowas, ne? Die falsche Prinzessin. Ich weiß nur, das hab ich als Kind oft... Wir haben so einen Kassettenspieler gehabt mit Grimms Märchen. Hab ich auch immer gedacht, so, äh, what? Mit Fass, mit Nägel beschlagen, Bergunterrollen, tut doch weh. Ja, das war früher eine Todesstrafe. Da, wo das Buch ist, da ist gerade was umgeworfen worden. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet? Nein. Ja, Oni, wa? Aber du musst eine Box haben. Zum Jagen sind wir noch zu hoch. Wir sind bei 81 Sanity im Schnitt. Da sind wir noch zu hoch, dass eine Hand kommt. Das wären ja die anderen Optionen. Revenant, Fingerabdrücke, für Shade, Orbs. Oder für Oni die Box. Schlafen noch nicht, soll ich weitererzählen. Kicke noch zwölfmal. Bist du hier? Wo bist du? Das war bei mir, nicht bei dir. Wo bist du? Haben wir schon ein Foto vom Buch eigentlich? Nein, aber wir haben frutziges Wasser. Ja, auch noch. Hast du fotografiert, oder was? Ja, das Buch habe ich jetzt vergessen. Ich mache ein Foto vom Buch. Das Buch ist bereits fotografiert. Ja, das ist okay. Zwei Fotos vom Buch. Guckt doch einfach ins Journal, Jungs und Mädels. Ja, ist doch schneller, mal kurz zu fragen. Nee, ich habe gerade das Buch fotografiert. Wer weiß, was du fotografiert? Da steht Interaktion, hast du fotografiert. Ja, das Buch. Du hast das Brett fotografiert, oder was? Nee. Interaktion, 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 Schritt. Ich glaube, ich stehe da ein Ort. Ja. Das ist ein Ort. Dann haben wir alles. Wo soll das sein, der oben? Der ist, äh, da am Türrahmen. Ja. Ich gehe nochmal rein, Billen, Sanity. Achso, Sanity müssen wir runterbringen, ne? Äh, ich muss auch... Oh, Dawn, hast du Pillen genommen? Nö, doch. Müssen alle noch ordentlich runter. Der Richard, holo. Ich reingeh'n nicht. Ach ja, wir haben das Brett. Ja, kann man da ganz viele schöne Fotos machen und... ...und ein bisschen nicht hier runterdrücken. Aber hier draußen kannst du nicht fragen. Ja. Ja, der fragt, macht Foto. Achso, du hast kein Foto. Donnerst du? Wer hat... Wie alt bist du? Ihr zwei habt nur einen. Wo bist du? Ja, Buch voll. Müssen wir doch die Sanity runterbringen. Müsst ihr auch nochmal fragen, wa? Also, das Album ist voll. Bin nur kurz da, um einen Like dazu zu lassen. Euch einen schönen Abend. Juh, gleichfalls. Schönen Sonntag dann noch. Wie alt? Donnerst du bist schon bei null? Das ging fix. Dreimal gefragt, das war's. Netti muss einmal fragen, denke ich noch. Wir sind jetzt bei insgesamt 26 bis 28. Also im Schnitt. Netti Fragen direkt rückwärts laufen. Erledigt. Laut Brett noch nicht. Laut 24. Ja, ja, aber die Wand sagt nein. Jetzt ist erledigt, 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 erledigt. Jetzt ist er. Haben wir den Knochen... Ja, Knochen haben wir auch gefunden. Ja, aber den haben wir nicht. Jedenfalls nicht fotografiert. Ja, komm, dann ist der Knochen egal, oder? Den Knochen habe ich diesmal nicht gefunden. Nee, Album ist voll, Aufgaben sind erledigt. Jetzt könnten wir noch 10 Dollar für den Knochen kriegen. Uff. Das ging jetzt aber schnell. Naja, mal hast du fix und mal brauchst du Ewigkeiten, ne? Die Shade war sehr entgegentrisch. Ja, wie gesagt, in den Raum rein. Du hast das Buch reingelegt. Buch, ich hab's eh mehr für den Finger, eh mehr 5, und jo. Ich hab Schritte gehört. Und dann dachte ich mir, mach's mal random ein. Und dann war's für mich schon klar. Jo. Okay, Prison 9, Highschool 9, Asylum 9, Ridgeview Road, House oder Willow Street? Ach, eine Highschool würde ich schon noch machen. Fortgeschritten und jeder Thermometer. Ja. Oder lieber Anfänger? Nee, holten wir einen Schritt, ne? Okay. Ist schon wieder alles voll? Muss man was rein tun? Die Kamera ist gleich noch. Oh, ich bin ne Plus. 4.500 habe ich jetzt mit 3.9, habe ich angefangen. Hat noch jemand Videokameras? Jo, wo bin ich. Ist voll? Ich mach noch, warte. Und Stative dazu, ne? Ne Stative ist voll, ne? Hab ich auch noch, hab ich auch noch. Was hat's noch? Okay, voll. Salz, Kerzen, doch Kerzen, doch, Alter. Reicht noch, komm mal Kerzen rein. Zack. Feuerzeuge, ist voll. Ist so stäbisch. Jo, okay. Noch leise. Ich würde mich da rechts unten machen. Netti wieder hoch? Ja. Unten stirbt sich's am schönsten. Und ich dann unten links, ne? Kerzen, Sematy und Jörgut kommen. Guck mal nach der Sicherung. Jo, jo, jo. Die ist wieder in demselben Raum. Also obere Etage. Sonst merkt ihr, wo er ist und machst du direkt an. Achso, der ist jetzt eh drinnen, ne? Sollte jetzt drinnen sein, er fortgeschritten. Da hat sie. Jo, ist 18 Grad, 19 Grad. Oh, die ist so riesig. Die ist so riesig da. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, oh. Oh, gebet. Oh, da kann man sich gerade am Klo. Okay, da kann man aber ordentlich angesitzt bleiben. Oh, 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 oh. Will mal weg. Jo, bis zum nächsten Mal, Schnappi. Gute Besserung, wenn man das da wünschen kann. Wieder folgt meine Behandlung. Also scheiße. Oh, 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 oh. Tafel kaputt. Wo ist er? Zeige er sich. Zeige er sich. Bitte mal kälter. Ne, nicht sehen. Mhm. Oh, die 21, okay. Das war's für heute. Hier unten in der Aula hat gerade jemand die Tür zugemacht. Ja, die war zum Ziehen, nicht zum Drücken. Ne, die Sporthalle oder wo, ne? Ja. Ja, ja, war die Sporthalle. Geht mal hoch. So, und nur? Immer nur, kalt. Hello from Japan! Ah! Grüße nach Japan! I'm sorry, but I can't read your name. Bin jetzt auch oben. Da steht natürlich schon alle Türen auf, weil das schon dritte war, ne? Ich war da schon, ne? Ja, denke ich, denke ich mir. Ich bin jetzt auch oben durch. Nein, das kann nicht sein. Ja, komisch. Klar! Die rechte Seite ist komplett unberührend und alles zu. Ich war es nicht. Die Tür vom Sicherungsraum war jetzt noch zu. Warst du da gar nicht drin? Ne. Achso. Also, die Schong ist noch drin, ne? Gib uns ein Zeichen! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Lass das Telefon klingeln! Wo bist du? 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 also ich höre oben schritte ich habe mich da hinter der offenen tür versteckt und da hat sie berührt und ich habe dahinter gehockt okay das ist auf jeden fall oben naja welcher bereich ist das hier danke danke hier geht die treppe rauf ich meine er kam von der richtung hier ich meine er kam von hier irgendwo er hat auch irgendwo vorher schon die tür angetatscht ich habe es gehört ich habe es dahin gelegt als orientierung okay Sie spawnt irgendwo unten. Bist du gerade runtergelaufen oder was? Ich bin runtergelaufen. Ich wollte gerade rauslaufen und da hat sie mich gekriegt vorm Eingang. Ich wusste aber auch ganz genau, dass ich in der Ecke war. Nicht gut, dass ich tot bin. Vor welchem Eingang? Bei dem Haupteingang in der Mitte. Hier ist eine Tür zu, die ich definitiv aufgemacht habe. Die Schuhe ist raus. Sie wusste aber auch direkt, wo ich bin. Ich bin gerade bei Jimmy. Das ist schon alles raus, sicher? Aber er kann nicht gucken. Der ist raus. Ich geh nicht an. Geht nicht. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Ja, Sanity ist auch sehr weit unten. Ich glaube ich habe den Raum. Im Flur 14 Grad. Und im Raum. 16. Nein. 12. 14. Ach scheiße. Aber da ist es auch gut. Ja, die Tür für sich irgendwo raus. Da musst du weit. Boah. Über Pillen futtern oder was? Ja, ich bin nur klar. 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 Die Aufgabe mit den 25 Prozent ist ja sowieso erledigt. Aber welcher Geist macht die Sanity so schnell runter? Ne, jetzt ist es so lange im Dunkeln rumrennen. Gehen wir jetzt zusammen und nehmen verschiedene Sachen mit oder jeder nochmal mal für sich? Meinst du zusammenlaufen mit verschiedenen Sachen? Ich nehme bitte Thermometer und EMF mit. Ja, ich habe Thermometer und Box. Ja, lass zusammen bleiben. Ja, dann lass ich Thermometer hier und nehme was anderes mit. Ja, dann lass ich Thermometer hier und nehme was anderes mit. Ja, dann lass ich Thermometer hier und nehme was anderes mit. Aber linke Seite irgendwo, oder? Telefon. Das war oben. Das müsste, glaube ich, oben der Raum sein, wo man... Oh! 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 Wer kommt da gerade? Links oder rein? Ja. Jetzt habe ich wieder erschrocken, okay? In den Raum. Ja. 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 Da. Ja. 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 Hast du die Licht angemacht? Ja. Ah, ok. Wolf, den Bauplan für Sorgebar findest du im Bunker Alpha. Genau. Dritte Etage. Vorletzter Raum. Rechts für die ganzen Viren. Gibt es Bunker drin, Städel. Riech, riech. Riech, riech. 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 Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Genau, Manuel, ja nicht vor dir, vor dem Einspieler, den du gemacht hast. Blinden ist dritte Etage Hartmaut, wenn du beim Spezialisten den Alarm aktivierst. Äh, letzten LDRW-Streamer schaut, ne? Vorletzte, ne? Am letzten haben wir die Farben gemacht. Am vorletzten haben wir erst Polizei und der Mucker gemacht, ne? Ja. Oder mein Video, der blinde Jäger. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Das sind aber doch noch ein paar geschlossene Türen, wa? Äh, Gefriertemperatur. Oder? Ja. Ist was gefallen? Ich lege EMF vor der Tür. Jetzt war's grad irgendwo umgefallen. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Box! Box! Wo bist du? Wir! Also wir schauen mal schon mal Box und Gefrier lassen. Kommst mal rein. Der Raum hat keine Tür, ist natürlich doof. Worum geht's denn raus? Wo bist du hin? Äh! Äh, aus dem Raum raus, rechts rum, scharf rechts. Ja, ne? Boah, da drin fliegen grad ordentlich Sachen durch die Gegend. Ja, das war schon fast richtig so. Genau da geradeaus. Jawoll, jawoll. Da hat grad ordentlich was rumgeschmissen. Wie lange stream ich? Stündchen vielleicht noch? Könnt's nicht sagen. Joach, da bin ich jetzt gleich müde. Ich merke, dass ich müde werde. Aber da war ich doch eben! Das ist jetzt links direkt, ne? Gjctbw, der Raum ohne Tür, ne. Aber Buch, ne. Buch liegt schon, ne. Ich hab Buch gehobt. gehabt. Oh ja, ein Buch liegt, okay. EMF schlägt aus. Leider nur zwei. Äh, weder noch zu finden, Wolf. Gibt's noch nicht im Spiel. Steht zwar dran, Genesis Labo, aber das gibt's noch nicht. Mal es wird vermutet, nächstes Update kommt der nächste Flügel vom Labor. Vielleicht finden wir's dann. Keine Ahnung. Kann ich dir nix zu sagen. Wo war denn das jetzt, Don? Ja, ne? Nee, Tür rein und dann geradeaus? Nö. Und wenn hier links rum den Gang geht, erste Tür ohne... Sind schon wieder lost. Hier rechts, ne? Das weibliche rechts oder das männliche links. Was alles beides männlich links ist. Hä? Hier ging's nirgendswo links. Ich bin jetzt gleich wieder am Eingang. Hast du den falschen Eingang genommen, wa? Rechte Eingang oder linke Eingang? Schimmi, das EMF liegt doch vor der Tür. Du kannst doch gar nicht vorbeilaufen. Es geht doch gar nicht. Mitte! Hallo. Bleib doch mal stehen. Mittlere Tür. Ich steh genau vor dir. Ja, ja. Hier wurde es... Wir haben falschen Eingang genommen. Wir haben rechten Eingang genommen, anstatt der mittleren. Schimmi ist laut. Schreib ins Buch. Echt jetzt? Das heißt, dass du die Taschenlampe aber auch nicht hinwerfen können. Leuchtet jetzt auch die Decke. Ich dachte, ich halte es nicht mehr aus, weil du... schreist wie am Spieß. Ja, warte hier. Oh, Visage war ein cooles Spagat. Ich hab doch gar keinen Stress. Ich hab doch gar keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Ja, der auch. Genau. Der will nicht ins Buch schreiben. EMF 2. Ob! Ob, 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 ob. Da war ob. Hast du es gesehen? Nein, nicht gesehen. Da, von oben, Mitte nach links weg. Warte. Warte, warte. Der war da, der war definitiv da. Mittig von oben nach links im Halbkreis durchs Bild ging der eben. Okay, der war sogar relativ groß. Ja, da fliegt er doch. Da fliegt er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. Ja, da ist er doch. Ja, da ist dich auch. Ja, da ist er doch. Da hatten wir eben Box, ja, ne? Ja. Jetzt haben wir Box und Orb. Wieso, wieso, Mare? Hat er auch ins Buch geschrieben? Oder was? Ach, Gefrier haben wir auch noch, ja. Kerze ausblasen, dann kommst du im Geist wieder in der Jagd. Hm, hm, hm. Jetzt erst die Kerze und gehst rein da, oder was? Ist doch nicht weit bis rein, das ist schon wahrscheinlich. Dann nämlich Fotoapparat zumindest mit dem Buch zu fotografieren. Welches Buch? War nicht voll auf, Jimmy. Wir haben doch gar kein Buch. Ah. Was? Ist doch schon drinne. Nein, ich sag gerade, ich nehme die Kamera, um das Buch zu fotografieren, aber der hat ja ganzes Buch geschrieben. Ach, das ist ein Krabbler. Ach, ich sage mal. Achtung! Jimmy lauf! Ich werde sterben. Ich bin immer an der Wand entlang gelaufen und habe die Kurven alle ganz eng geschnitten. Ich weiß, es ist ein Krabbler. Oh, ich bin draußen. Sie war dir ganz dicht auf den Fernseher. Jetzt sterbe ich. Ich bin am Eingangsbereich. Ich sterbe. Das war's. Ja, sie kommt gerade auf dich zu. Hast du die Kerze noch aufgestellt? Ja. Entkommen sie dem Geist während der Jagd, müsstest du ja geschafft haben, ne? Ja. Aber die Kerze ist nicht ausgeblasen, deshalb. Ich frage, ob ich jetzt noch warte. Ja, warte bis die Kerze ausgeblasen ist. Kann sie dir sagen, wenn man sie weckt ist? Das ist erblich, ja. Wird er fünf Meter vor dem Ausgang, ne? Ja. Also, ich bin gerade echt einmal nur an der Wand entlang gelaufen und so macht die Kurve da, war zack, 90 Grad und rum da. Dann bin ich in einen Raum rein. Ich habe gehofft, dass die Türe die Sichtlinie unterbricht und bin an der Wand entlang gelaufen. Ja, hat funktioniert. Wunderbar. Ja, hier ist halt groß genug. Hier kannst du wegrennen, solange es kein Revenant ist. Ja, es war blöd, sich in die Ecke zu setzen. Dann warte ich jetzt noch auf die Kerze. Ah! Die Kerze ist aus, aber ist nicht vom Geist ausgeblasen, okay. Ja? Nein, das Board sagt was anderes. Ich stehe gerade vor dem Board. Ich gucke, ich habe ja die Kamera, ich sehe auch, dass die Kerze aus ist, aber das Board sagt, es ist nicht erledigt. Ah! Und ich laufe jetzt nicht mehr rein, um die Kerze anzuzünden. Na dann ab, Morg. Nicht bei Sanity 0. Ohne Pillen. Gut, da war jetzt wieder kein einziges Foto gemacht. Aber wir wissen zumindest, was der Geist ist. Haben die Mare alle drin? Ja. Ja. Ich sollte gerade reinlaufen, da machst du nur mir die Tür zu. Ah! Ah! 100 Dollar! Alter! Ich habe von der Versicherung 402 wiedergegeben. Ja, hast du auch nicht voll gemacht, oder was? Ja! Na ja, das ist ungefähr ein Drittel von dem, was du jetzt verloren hast, so ungefähr. Ah! Dann langsam fängt es an weh zu tun, okay? Impfung ist jetzt... ...13, 3, 7, 8, 9 Stunden her. Ja. Jo, halbe Stunde. Eine Minute neun im Geisterraum. Fünf Jagden. Okay. Wir haben die Highschool, wir haben das Asylum, die Willow Street und das Grafton Farmhaus. Willow oder Krafton. Jo, wa? Wer war die? Willow! Mal gucken, ob ich es schnell geht. Ich bin gerade gucken, ich werde müde. Ich will nicht müde werden. Ich leg's mich an. Ich sponsor mal die Runde. Zumindest tue ich alles das rein, was ich habe. Ich will mir mal was zu trinken. Kopfkamera, eine zu viel. Und starke Taschenlampe bestimmt auch. Ne. Eine starke Taschenlampe bräuchten wir noch. Geht los. Lotz-Link in den Chat, was für ein Lotz-Link. Was für einen Link soll ich machen, Manuel? Weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. Mh, mh, mh. Ach. Was hat er? Nein, 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 nein. Verkackt. Das meinte ich vorhin. Keiner hat verkackt. Wer? Was? Wie wo? Mitgliederausweis. Wer, wie wo, was? Ach, wir haben zwei Uhr. Jetzt kommen die automatischen Verlängerungen. Ah, genau. Dankeschön. Nächster Monat. Ich weiß nicht, was du mit Lotz meinst. Was ist das? Warte mal, hier mal diese Redeem-Dinger da. Genau, das hat ein Eti gerade gemacht. Das Ding mit dem Werbung kommt. Loots, ne, gibt's nicht mehr, ne, gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr. Mein Gott, äh, super, insolvent. Du meinst, wo du an dieser Werbeeinblendung kommst, wo du eine Nachricht eingehen kannst, ne, gibt's nicht mehr. Wenn du wundest, dass es nicht losgeht, klick aufs Knöpchen. Jetzt hab ich dich nicht verstanden, ich hab selber so laut gequatscht mit der Einblendung gerade. Also wenn du dich wundest, warum es nicht losgeht, dann drück auf bereit. Ja, ja, ne, ne, ich war grad Chat am Lesen. Gesehen, ja. Topflanzier. Ja, genau, Loots, ne, Loots gibt's nicht mehr, Loots gibt's nicht mehr. Auch schon ewig nicht mehr. Leider, leider. Hat auch immer, ja, pfff, ich glaub 15 Euro hab ich da mal im Monat mitgemacht. Zwar gibt's das noch, aber ich kann's nicht richtig konfigurieren. Und ich hab noch da vor letzten Monat oder so nochmal ein Overlay gemacht. Und da kamen ja auch ein paar Einblendungen, da hab ich aber überhaupt gar nichts für bekommen. Seitdem hab ich's wieder weggemacht. Es war aber dann auch so, dass einfach nur jede Viertelstunde eine Werbung eingeblendet wurde und nicht mehr, dass die Leute was schreiben konnten. Wer hat da Jagd-Räuscher? Ja. Ziemlich die Zeige. Okay. Oh, Oxygen F da. Don, du hast Futter parat? Jo. Okay. Aber wir können fahren, ist eh wieder ein Handtuch. Na ja, in letzter Zeit wird's weniger hier. Muss ich feststellen. Also ist nicht mehr so gesagt. Oh, hier war ein Step. Da war ne Tür. Die Garagetür geht grad zu. Garagetür ist zu. Okay. Ja, ja. Der hat doch grad die Tür hier zu gemacht. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Box in der Garage. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Yo, Garage. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Schreib jetzt Buch. Ich hab ja früher auch den Loots Link direkt bei Twitch unten drunter gehabt, den hab ich dann auch von dir entfernt. Weil wir sind ja nicht mehr. Ah, ein schönes Ding mit Loots. Aber hat ja anscheinend nicht funktioniert, dass wir dort sind. System, sonst wären sie nicht in die Insolvenz gegangen. War wir im Keller? Mal am Wort gucken. Hast du hinter die Mülltonne geguckt? Ja. Und da sind Bottezer das Bordpunkt. Oh, keine Stative mehr da. Klick klack. Mach mal alle anderen Türen wieder zu. Ach so. Mach mal alle anderen Türen. Zwei neue Kameras aufgestellt. Kellertür habe ich eben zugemacht. Step. Ist der jetzt im Keller? Komm Gott, die Brösche aus dem Keller. Radio geht an. What? Wer ist jetzt überall? Radio hier im Schlafzimmer ist jetzt an. Oh, was ist das für ein Geist? Der hängt an dir. Bist du im Keller? Ja. Ich bin jetzt im Keller, ja. Jetzt habe ich Richtung Keller EMF. Die Sicherung ist raus. Wir sind in der Garage. Wir sind in der Garage. Hat er die Kellertür zugemacht? Nein. Deswegen habe ich gefragt. Alter. Wir sind in der Garage. Wir sind in der Garage. wir haben eine außentemperatur von 15 grad gute nacht mr guest giver wir haben keine gefriertemperaturen keine fingerabdrücke bisher frage ist ist er wirklich jetzt noch in der garage ich nehme zwei pillen auf vier prozent runter was müssen wir noch kerze ausblasen also da steht jetzt alle kann man eine ist noch da aber auch die anderen ohne stativ mal so auf regale und so gestellt die sicherung habe ich wieder reingemacht also ich habe mich gerade eben in der garage hinter der waschmaschine versteckt und habe erst eine ganze weile hier ist es jetzt warm 9,6 naja solange unter 10 ist es ja gut gib uns ein zeichen wo bist du gib uns ein zeichen das sind sie ja nicht es schwankt ja zwischen 14 und 10 wo bist du gib uns ein zeichen gib uns ein zeichen die tue auch zugemacht die badezimmertür hier ist es hier ist es hier vor der kellertür ist es hier war grad step vor der kellertür hatte ich auch EMF2 gib uns ein zeichen gibt uns ein Zeichen bewege etwas, wirf etwas um weil hier in dem Raum hier in dem Raum, wo die Wutepuppe im Schrank ist hat er eben das Radio angemacht da klick klack, gib mir die Tür und hier, Badezimmer auch schon wieder auf die Tür im F2 und im Badezimmer Shampoo Flasche Badezimmer im F3 Scheibenspuch viel Spaß hier Jimmy, der hat dich verfolgt und mich tötet er guck dich wenigstens hast du ihn gesehen? er stand direkt vor uns ich hab ihn gesehen, ja zweimal die Sense gesehen der Siche oder was er hat alter also der Spot ist echt safe, wa? sieht auch gruselig aus, ehrlicherweise wo bist du? wo bist du? wo bist du? jetzt ist er hier hinten oh ok, hier hier am Flur ist er aber jetzt hab ich guck mal, da hinten jetzt an dem Raum hab ich ein MF2 hier hab ich jetzt ein MF2 gehabt gerade oh, step bist du hier? wo bist du? behind ok, mir hat er auch geantwortet behind ist er, ok kameras umstellen wa? scheiße hab ich den eine steht dort auf der Heizung oh, oh, oh Oh! 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 War das ein hübscher, oder? Hahaha! Der sieht aus wie Golle mit Sense! Hahaha! Ja, Mann! Der verfolgt Jimmy! HAAH! HAAH! Du mich auch! Hahaha! Der ist hier gerade nachgelaufen! Wie ein kleines Windchen! Ich glaub, der hängt an dem dran! Ja! Ja, der spawnt neben dem... neben dem Schränkchen! Wie er die eine Tür da aufgemacht hat! Ich glaub, das ist jetzt nur Box, ne? Jep! So, komm ich mal beide raus! Was? Nein, der Küche da! Hier, guck, hier steht er! Arschlochgeist! 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 Ich hab doch schon Foto! Jimmy! Jetzt bist du selber schul! Moin, Chris! Der hat bitte ein Foto vom Geist gemacht! Wir haben ein Geisterfoto gemacht! Ja! Ja! Meins war zwei Sterne und meins ist drei Sterne und zählt nicht! Ja, aber... Musst dir mal angucken! Der Schatten sieht aus wie von dir, ne? Trabenfoto! Aber die Foto sind ja auch immer unterschiedlich! Herzflach! Herzschloch! Oh, Alter! Jo, Chris, der echte! Hallo, hallo! Willkommen! Wieso sind wir schon wieder auf Null? Nur die Box bisher, ne? Ah, ich muss schon wieder aufs Klo! Teammitglied Zeuge werden erledigt, wurde vom Geist! Ja, wer hat da Jagdreucherstäbchen? Wo ist Netti hin? Netti stürzt sich jetzt totesmutig rein, oder was? Jo, da läuft sie! Kerze brauchen wir doch gar nicht! Er kommt, er kommt, er kommt! Hässlich ist er, ne? Oder war das das Bad? Ne, das war der Keller! Keller war das! Ja, ja, das sieht aus wie Golle mit Sense! Mein Schatz! Ja, was können wir denn noch machen? Als Fingerabdrucklampe bin ich jetzt schon... Ja, können wir nochmal mit der Fingerabdrucklampe laufen! Das wird nix! Ne, die lebt noch! Wie komm's denn? Tja! Und dann schnick, schnack, schnuck um die letzten Pillen, oder? Laufen wir beide ohne rein! Ne, mach du nur! Mir ist egal! Mach nur! Ich hab mich in der Garage versteckt, dahinter! Ja, die Waschmaschine ist perfekt, ne? Ne! Nicht bei der Waschmaschine! Da hinten in dem Käfter ist gefährlich! Da hat's schon einige erwischt! Das war, äh, hinter dem Regal! Okay! Da war ich gerade safe! Ich wollte mal mich gucken, ob's, äh, sie... An der Tür... Fingerabdrücke drauf sind, weil, äh... Oh! Der ist verpackt! Ah, jetzt läuft! Hast du nicht gesagt, dass du, äh, Pillen nehmen wolltest? Hab ich! Der ist auf mich fixiert! Ich geh rein, zack, Hand! Ja, der ist gerade im Flur auch schon gesehen! Bist du an der Waschmaschine? Mhm! Der läuft gerade hin und her bei der Küche! Guck dir hin und her bei der Küche! Guck dir hin und holl! Ah, da muss ich auch! Ach, da muss ich auch! Buch, haben wir Buch schon gehabt hier, Buch! Buch ist neu. Ja, fotografiert. Ich auch. Ich bin draußen dann. Ich würde mal lieber aufpassen mit dem Sprechen, weil es könnte auch ein Joker sein. Hat es gezählt? Nein. Nein. Wir haben Box und wir haben Buch. Box und Buch. Box und Buch. Fingerabdrücke, Geführtemperatur, EMF oder Orb. Die Joker müsste nur Orb haben. EMF. EMF5. Kriegen wir noch eine EMF5 da raus? Ein Oni? Spirit9. Daemon, Freezing, würden wir sehen beim Atem, also EMF oder Orb. Wo liegen die EMFs noch in der Gar... Ne, die liegen im Flur, ne? Roter Kerl, Tür 1. Ach... Scheiße, Fletcher. Schimiläuen. Ab. Ich gehe da rein, Insta-Hunt! Der Wilzen mag dich an Feind. Oder Bill Helms. Eber 5! sorry fürs schreien aber der hat gerade nur rumgeschmissen ich lief gerade hallo klug klunk klug 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 auf ist dass sie nicht geschafft die fotos kacke ich jetzt drauf da fehlen noch 5 fotos im album aber räucherstäppchen während der jagd hätte ich jetzt auch fünfmal machen können soll ich doch mal rein gehen warte kom politze in dollar haben ja das ist die überlassen Ja, du hast doch einiges gesponsert, oder? Ich hab nicht allzu viel drin. Ja, aber mich jagt er ja instant. Aber bist du auch schon mit Reutschner-Schäppchen unterwegs, oder was? Ja, schon die ganze Zeit. Das hat bloß noch nicht geklappt. So, viel Glück. Gezählt, fertig. Das geht in die Hose. Steht der Bart am Klo. Der kriegt mich doch im jeden Fall. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nee, geht wieder weg. Der kommt wieder. Netti, was riecht hier so verbrannt? Ah, wenn du... Weg mit deinem scheiß Feuerzeug. So, dann, fertig. Okay, fahr ab. Oh, nee, ne? Jo. Stimmt's, ich kann mir die Leute da im Haus eigentlich auch retten, ne? Wenn die nicht mehr rauskommen oder so. Einfach abfahren. Das Problem war, als ich... Als ich den verjagt hab, ist der vorne in die Stube, wo ich mich sonst verstecke. Ja, ist natürlich drauf grad. So, ich muss nochmal schnell auf Toilettchen. Mach mal noch Röntgen, die Robber. Ja. Erst schon halb drei. Neun Jagden, krass. Zeit im Gast drauf, vier Minuten. Jo, jo, jo. Warte mal, erst mal gucken hier. Ja, Asylum, äh, Tanglewood Street, Willow, Ridgeview Roadhouse und noch ohne Tanglewood. Ganz kleine andere Rösschen. Ne, mach mal was zweistöckiges oder so. Äh, Ridgeview Roadhouse. Ja. Gut, ich bin auch Pipi. Jo. Gut, ich bin auch Pipi. Ja. 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 Ich bin auch Pad 재� ja immer noch 86. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber siehst du, war jetzt eben auch wieder Oni, ne? Der letzte Oni davor, der hat quasi instant ins Buch geschrieben und uns die E-Mail 5 gegeben und jetzt mussten wir hier richtig lange rumsuchen. Ja, der hat sich ja auch geziert mit dem Raum. Erst war er in der Garage und dann ist er gewandert, ne? Ja, 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 aber alles ist schon drin, muss ja was dazu tun. Überall alles, zack, 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 kaufgebreite weniger, so. Starke Taschenlampe fehlen noch zwei. Hab ich gerade reingeh... Hä? Ich hab da gerade überall auf alles geklickt. Ich weiß jetzt nicht, warum da wieder... Achso, dann haben sie eine wieder rausgenommen. Ich dachte, wir haben wieder vier. Start, wa? Jo, ab dafür. Ah, jetzt fängt langsam an, weh zu tun. Ah, jetzt fängt langsam an, weh zu tun. Ah, 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 ah. Weh, von den Sit-ups geht der Bauch nicht weg. Das sind virtuelle. Ich wollte es auch sagen. Davon wird dein Bauch auch wirklich keiner sehen. Äh, Bewegungssensor. Bewegungssensor reinigen. Wollte ein Team mit den Zeugen werden, okay. Ui, ne, bin ich etwa müde? Was denn? Oh je, auf der Spelle. Verdammt. Was? Instant EMF 3, okay. Ja, V-Jabot. Bei mir springt das wieder. Nö, 3, 3. Klick, klack. Die Tür ist aufgegangen. Hier in der Küche, wa? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Oh, da hat hier schon... Hier ist der Knochen. Am Esstisch ist der Knochen. Am Boden. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Die Tür ist auch offen hier. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hier ist der Knochen. Genau. Hier ist der Knochen. Genau. Hier ist der Knochen, der Knochen, der Erste Hinweis. Okay. Was ist der Erste Hinweis? Na ja, kein Din, kein, kein Ding, sondern halt EMF 3. Die erste Spur, wo er sein könnte. Da bin wir jetzt schon wieder. Wie viel? Drei. Hatte schon jemand die Sicherung reingemacht? Nein. Ach, da ist sie jetzt drin. Hat im Keller jemand Licht versucht anzumachen? Ja. Das ist jetzt angegangen, okay. Wo ist denn der Schalter? Oh egal, lass mal nach hier. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Hier liegt eine Gabel auf dem Boden. Hat schon eine geräuschert? Ja, ich sehe. Bist du hier? Ich habe sogar nicht gezählt. Wo bist du? Wie alt bist du? Äh, jetzt muss ich das nicht mal ausbringen. Orbs und so, ne? Nicht müde werden, Jimmy. Was ist denn viel Scheiß hier? Bewegungssensor ist auch erledigt. Ich dachte schon da, ein Pünktchen um den Monitor. Ah, ich dachte schon, wäre ein toter Pixel. Ne, einfach nur Staub. Weit wird clean, ey, ne? Äh, Zeuge muss noch jemand werden. Äh, die Lampe wollte ich gerade nehmen. Ah, nehmt die andere. Ah, verdammt. Foto gemacht von dort, von hinten. Wollte ich die Lampe anmachen. Wollte ich hin? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei EMF kann alles sein, Banshee, Phantom, Jhin, Revenant, Shade, Oni, Orbs, Ritex, Fingerprints, ist ja alles nicht da, Freezing Temp wäre Phantom noch, aber selbst das haben wir nicht. Ich bin gerade instant in der Waschküche gekillt worden, okay, also Buch dahin legen oder was, wie gesagt, das ist da, wo ich gesagt habe, dass es eben halt kälter ist. Ach, Pille ist wie Weicheier. Nee, nimm mal lieber, Jimmy, ich habe die extra für dich übrig gelassen. Jetzt bist du tot, super. Ja, ein Foto kannst du noch machen. Ja, das macht er nicht, ich habe kaum was drin. Also ich würde jetzt mal ein Buch da reinlegen und dann versuchen, noch eine Kamera da hinzustellen, ne? Ja, ich habe, das war ja mein Plan, ich wollte die Kamera da unten rausnehmen, aus der Waschküche, die liegt jetzt dort auf dem Boden, und wollte die hinter in den Rahmen stellen, wo das Klavier ist. Ich bin nicht die Tür rein, ist die Hand schon wieder an, ey. Ja, ja, der kommt direkt aus der Waschküche raus. Der ist direkt aus der Waschküche rausgekommen. Da musste ich mich ja finden. Puh, puh, puh. Ich gehe dann in den Keller. Da sind auch schöne Spinte. Ich komme da wieder hoch. Jimmy ist oben. Und vorbei. Also vielleicht mal ein Buch in die Waschküche schmeißen, doch mal. Und die Kamera rausnehmen. Wo ist die Waschküche? Wo ist die Waschküche denn? Wo ist die Waschküche denn? Wo ist die Waschküche denn? Hier, 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 hier. Genau, hier bis stopp, stopp, stopp. Andere Raum gegenüber vom Bad. Da, hier. Kamera mitnehmen. Kann man auch nicht vergessen. Nee, da liegt doch einer auf dem Fußboden, Jimmy. Wow, das war's Geist-Event. Das war's Geist-Event. Blöde Mistkuh. Ist das die, die ich gerade aufgestellt habe, die Kamera hier? Ja. Nee. Ja? Ja, aber der Raum ist super eng. Ich hab den jetzt schon ganz in die Ecke gestellt. Warte mal, das ist Dons Kamera. Also, die Neuen ist es nicht. Die Neuen ist meine. Der Acht ist die, die du aufgestellt hast. Ja, aber da sieht man das Buch nicht. Ich hab grad ein Buch da reingelegt. Das sieht man nicht. Da! Ob, ob, ob! Ob, ich hab ihn gesehen, ja. Ja. Von rechts nach links durchs Bild. Aber wieso sagt er dann beim Wheelchair-Brett Kitchen? Ja, weil der nicht verarscht hat. Ja. Ja, Washi-Kitchen. Waschküche oder was. Aber wo ist... Jetzt kommt kein neuer Ort, siehste. Hätte man da jetzt nicht schnell hingeguckt? Und du hast ihn auch gesehen, ne? Ich hab ihn gesehen, ja. Mittig nach links weg, ne? Ist ja nett, die hat ihn auch gesehen. Muss erst einer sterben, damit wir den Orb sehen. Haben wir jetzt EMF 5 und Orb, ne? Brauch ich Freezing, Box oder Buch? Von Tone and Shade. Also Freezing ist es auf jeden Fall. Da muss man ja auch die Tabelle haben. Sonst hier nachher schicken, ja. Ja, da musst du nicht immer im Buch gucken, was kann es sein. Und dann mal den ganzen Typen nachgucken, was kann es sein. Dann gehe ich schon mal mit der Box. Und guck mal, ob sowas ins Buch geschrieben hat, ne? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Schreib ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Sollte die Jagd losgehen, rennst du schnell, wie du kannst in den Keller. Ja. 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 Ich kann mal gucken, wo er ist. Ich springe in der Küche rum. Kommt in den Keller. Achtung, ist vor deinem Sprint. Kommt wieder hoch. Und ein, zwei, drei, vorbei. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du freundlich? Nicht Licht an und ausmachen. Wo bist du? Klavier gespielt, Licht angemacht. Hau mir ab, ey. Wollen wir kurz beruhigen, ey. Hat es das Licht gezählt, dass ich das Licht fotografiert habe? Nee. Super, hätte ich den Lichtschalter fotografieren müssen, wa? Also auf die Box antwortet er mir nicht. Was könnten auch sein? Freezing-Temperatur und Buch, ne? Das ist erst mal kein Gin. Ich glaube, das ist nur ein Schade. 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 Ja, da wirst du bereit haben. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Du hast mir ein Zeichen. Was brauchen wir denn für Shade? Was brauchen wir denn da? Wow! Ah fuck you! Wo ist das zweite Buch? Ja, vielleicht legst du das mal vor die Tür. Vielleicht hilft das was. Ich beobachte das Ganze. Okay, Achtung, er kommt. Beeil dich, renn hoch. Er kommt hier hinterher. Alter, vor deine Hütte rumgekrochen. Es dauert wieder dieses Event hier. Ey, da traust du dich gar nicht zu blinzeln. Willst du uns so passen? Könntest du, dass die Tür aufgemacht wird oder so? Buch sage ich dir Bescheid, wenn was ist. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Kannst du noch mal das Thermometer in der Hand nehmen, bitte? Äh, okay, dann nicht. Hä? Netti, warst du auch drin? Bist du tot? Nein. Das ging ja fix. Ach, dein, das war bestimmt dein Kruzifix. Lass doch vor uns irgendwo Kruzifix hingefäffert. Was liegt da drin? Das ist schon lange aufgebraucht. 1,8, 3,4. Komm, mach Minus. Die Sicherung ist raus, das ist überall kalt. Wo bist du? Im Keller ja, ne? Im Keller. Gut, du gehst hoch. Ich sehe es. Wo ist der sicher rum? Kann ich nachgucken, warte. Wenn es gefriert will, werde ich meinen Atem sehen. Wenn es gefriert will, werde ich meinen Atem sehen. Die Sicherung. Andere Seite. Wo, wo, wo? Andere Seite, du bist gerade auf, äh, links. Du musst rechts. Ja, die spurt direkt hier in der Küche. Lass die Zeit, die rennt. Das ist doch Küche. Hier rum. Na ja, in der Waschküche. Also daneben in dem Lagerraum. Die ist oben. Achtung, kommt der Keller. Ach du bist hier am Schrank. Doch, du suchst doch die Sicherung. Das ist eigentlich geschafft. Freitag. Einen sie machen ja, ne? Ja, ja. Aber es steht nichts in den Büchern. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Oh, das ist jetzt das Aufgebrauchte. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Zehn Milliarden Mal mit der Box ist gequatscht. Bücher liegen da. Was, 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 was könnte es noch sein? Was haben wir? Wir haben EMF und Orbs. Ja, wir waren Vox, Gefrier oder Buch. Ja. Sie greift gerade nicht an. Komm, mach die zwei Fotos noch mit dem Board und dann fort hier. Wer wollte unbedingt hierher? Wo bist du? Lauf. Mal gucken, wobei die hübsche ist. Hier ist sie doch. Die kommt gerade hoch. Ja. Uh, pass auf, die ist direkt vor deinem Spind. Ei, 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 ei. Jetzt geht's rund um. nicht, 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 nicht die bleibt draußen Soll ich nochmal? Ein Foto geht doch Wo bist du? Das andere Foto war nix Wo bist du? Mich mag sie nicht Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach fuck, jetzt hab ich abgedrückt Ah egal, komm Ja was raten wir jetzt? Shade oder was? Ich sage Shade Shade und weg Shade wäre welcher Hinweis? Also Gefrier Gefrier hat man nicht Und Prox war es definitiv auch Ja brr Da sind zwei Bücher Willkommen Ja, ja, ja Bevor wir jetzt hier noch Wie viel Hans waren das jetzt? 35? Was scheint rein denn los? Oh da ratet was ihr wollt 321 Abfahrt Ich hab sicher Das Phantom Phantom Ah okay, trotzdem 195 Dollar okay Was wäre denn Phantom gewesen? Gefriertemperatur Das ist doch wohl Witz War jetzt 43 Minuten Zeit im Inneren 29 Minuten Zeit im Geisterraum 247 16 Jagden Und keine Gefriertemperatur Eine letzte möchte ich da machen Aber nicht Prisoned und nicht Highschool Dann haben wir noch Tanglewood oder Willow Super Das sind die zwei ganz kleinen Zum Schluss nochmal die Willow Willow Street Eine Kaffeekamera raus Einsteiger Taschen raus Ja da wird so glaube ich Zeit Aber das ist jetzt 23 Morgen kommen wir wieder Gäste Ich bin auch müde Darf ich auch nicht mehr zu lange pennen Morgen früh zählen an meiner Frau Impftermin Ja da kannst du noch lange schlafen Da ist es doch nicht da Ja aber die Kinder KZMF Äh da ist keine Taschenlampe Aber gerade bin ich gut entkommen immer ne Wenn man dann weiß wo die Spinde sind Ansonsten hier in dem Haus Na gut Waschmaschine ne Aber wenn es da nicht hingeht Wenn man sich versucht im Sporenrahmen zu verstecken ne Dann braucht man sich nicht zu wundern wenn man stirbt Ja das sowieso Ich gehe mal in den Keller Ich glaube ich habe gerade was gehört Was gehört? Farbdose oder so Nein Ich weiß nicht an seinem Platz Ja da kam aus der Garage geschossen Übel schnell Wo bist du? Bist du hier? Geht wieder nicht Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hier in der Küche liegt ne Tasse Auf dem Fußbeuten MF3 Küche Hier Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Wir haben Box Kerze ist aus Kerze ist aus Wunderbar War der Geist Zelt als Aufgabe Ja Wer ist aus Bist du hier? Bist du hier? Ich habe Bist du hier? Bist du hier? Und Geister-Event. Das Geister-Event ist schon erledigt. Der Don war so frei. Oh, Buchbox, ja fertig. Buch auch? Ja. Yo-Kai. Also nicht reden. Buch. Ochs. Geil. Oh, sorry, ganz den Knopf gedrückt gehalten. Das Board ist auch schon clear, okay? Das hab ich gemacht. Hallo, Geist. Lau-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau-A-Bau. Guten Battag. Es gibt mehrere gleichzeitig, ja? Ja, Fotos, aber wovon? Haben wir Knochen schon? Knochen haben wir schon. Interaktion, Interaktion, Interaktion. Nancy? Netti will's wissen. Netti will's wissen. Haben wir die Puppe schon? Ja, oder? Jo. Na ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die Spawnpuppe bis Wiedschauplatz sind. Habt ihr den Keller schon durchsucht? Ja, war ich eben. Bis ein Bild vor der Wand gefallen hat. Ja, das ist die Interaktion im... das vierte Foto. Ah, okay. Wirf was um, oder lass das Handy brummen. Tu etwas. Zeige dich. Genau, zeige dich, das wird noch besser. Mal ein Geisterfoto. Ich wollte aber auch nicht reden. Oh! Der hat die Tür da hinten bewegt. Zur Garage? Zur Garage? Nein. Anderes Raumchen. Keller? Die Tür. Da, wo du gerade stehst. Hinter dir. Das ist die Bartür, ne? Ja. Die hat er bewegt. Ah, das ist zu spät. Okay, jetzt auf die Kellertür. Früher fällt. Warte, machen wir mal zu hier. Wirf was um. Mach ne Tür zu. Mach ne Tür auf. Mach das Licht an. Zeig dich am besten. Wir können mal ein Geisterfoto machen. Wie die Paparazzi hier laufen rum, wa? Du Kai, dummes Ei. La 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 la. Nancy, Nancy, Nancy. Nancy Davis. Wie heißt denn Nancy? Nancy Davis. Nancy. Nancy Davis. Ah, leider nur zwei Sterne bei der Interaktion. Nancy. Und wieder ein Gänsehaut hauchen. Jimmy ist ganz allein. Nancy. Nancy, Nancy, Nancy. Nancy Davis. Nancy. Nancy Davis. Ich halte mir den Weg zur Waschmaschine frei. Nancy. Nancy Davis. Wo bist du? Ich hab Angst. Ich hab Panik. Nancy. Nancy. Ja, ja, ja. Mach zu die Tür. Du willst ein Zeichen. Wirf was um. Mach die Kaffeemaschine an. Lass das Handy brummen. Lass das Handy brummen. Äh, sie, äh, sie, davis. Zeig dich. Manifestiere dich. Ich höre hier Sachen fallen, aber ich seh nix. Das ist doof. Nancy, wir quatschen doch alle durcheinander. Du bist ein Yo-Kai. Yo-Kai, Yo-Kai, Yo-Kai. Wo bist du? Zeig dich. Nancy, Nancy Davis, Nancy Davis. Nancy? Nancy? Die EMFs bimmeln, aber hier passiert nix. What? Habt ihr gerade nen Fernseher angemacht? Wo ist die Fernbedienung? Don gibt die Fernbedienung her. Steht denn einfach nen Fernseher an den Haus hier? Ja, soll man fahren, oder wat? Video brechen ja geil. Gibt's immer keins. Boah, ich bin nämlich grade... Ich merke grad wie ich, äh, ja, totmüde werde. Oh, Schade-Obs. Ja, aber für ein Yo-Kai, ich hab die ganze Zeit grad gequatscht und, äh, bin bei 30% Sanity, äh, war jetzt auch wieder mau. Abfahrt und Ende, ja? Ja, normalerweise hätt ich ja dich vertreten müssen. Ja, ja. Nee, da machen wir, machen wir, ist gut, gut für heute. Ja, fast genau sechs Stunden, fünf Minuten, äh, fünf Stunden und fünfzig. Ja, 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 ist ja schön. So, jetzt machen wir dann gleich auf. Äh, 5.227 Dollar hab ich jetzt. Am Anfang mit 3,9. Oh, Schokolade. 1.300 am Abend gemacht. Ich hab so viel wie vorher. 4,2. Hahaha, schade. Hab aber ein paar Level gemacht. Ja. Ja, war aber wieder, wie immer, sehr spaßig. Ein paar gute Erschreckmomente wieder gehabt. Verstecken hab ich gut geübt. Ja, die ist auch nicht so oft gestorben heute, ne? No? So wie sonst, immer so... Eeeeh! Ehh, wird, wird, wird... Mal schauen, ob ich morgen was mache. Wie gesagt, am morgen erstmal über Tag. Ähhh, Verwandtschaftsgebessuch. Du spielst wieder mit... Farbeimern? Jo, 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 Stapeln. Stapelspiel. Nee, bedanke mich ganz herzlich dafür, was Estamos mit gespielt haben. Ja, sag Bescheid, wenn ihr zockst. Aber ich kann nicht so lange, ich hab Frühschicht. Ja, ja, ist die Frage, aber fast bevor. Ja, nochmal. Rimworld hat mich wieder angefuchst. Also, wenn ich nicht streame, dann werdet ihr auf jeden Fall nochmal weiter spielen. Blöde ist halt, dass das leider nur Singleplayer geht. Einige geschrieben, ist gar nicht ihr Fall. Andere schreiben, bitte nochmal spielen. Ja, mal gucken, mal gucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde gerne morgen fast mal wieder spielen. Aber es ist halt immer besser, wenn man sowas selber spielt, ne? Ach, Rimworld, ja, ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Dann hätte ich, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, der F-baller. Ach so, wie sieht dieser Gershpub aus? Drei zockt, geht drauf. Wo ist denn hier? Ja, ich bin da weg. Danke, hat Spaß gemacht. So, ja, ja, ja. Ich habe gerade erst mal Push-to-Talk wieder umgestellt hier, okay. Ne, auf jeden Fall können wir das beibehalten einmal in der Woche. Wobei, nächste Woche, Samstag, bin ich nicht da. Gar nicht da. Mach ich gar nichts. Ich werde von Freitag auf Samstag reinfeiern und am Samstag habe ich dann selber Besuch. Geh reinfeiern, ja? Ja, ich habe auch einmal im Jahr Geburtstag. Ach, stimmt, ja. Sorry. Weiter vergessen. Ne, um zehn, nächsten Samstag. Also von Freitag auf Samstag reinfeiern. Ja, aber Samstag habe ich mir dann auch ein paar Leute eingeladen. Zwei Leute, drei Leute eingeladen zum Grillen. Jetzt mal auf der Terrasse, schön. Jetzt kann man ja mittlerweile wieder erst mal fragen, ja, sind alle geimpft? Okay, ich bin nicht geimpft, kommt ihr trotzdem? Ich bin der Einzige, der nicht durchgeimpft ist von den Leuten, die dann kommen. Dann kann man ja schon mal in sich den Garten setzen, Grillrünchen machen. Ja, Familie hat auch schon gefragt, warum ich nicht geimpft bin. Jetzt bist du so leise, bist du weit weg vom Mikro? Nö. So, das Bildschirchen hier will ich dir net hier noch schicken, ne? Das darfst du gerne mir auch schicken. Habe ich auch so im Internet, ich weiß, wenn ich mir von Wursch aus mir abgespeichert. Du kannst halt dann, ne, wenn du einen Hinweis hast, bringt das nicht viel. Wenn du zwei Hinweise hast, ist das hier gekoppelt. Dann siehst du, was auf den dritten Hinweis noch fehlt. Oder hier, ne, welche Geister EMF sind und so weiter. Also die ist ganz cool gemacht, die Tabelle. Gerade mal gucken, das ist die Datei hier, ne? Ja, das ist die Datei. Ja, das Bildschirchen vom Alpha Wolf war auch nicht schlecht, das habe ich mir auch gespeichert. Ja, das hatte ich auch da reingepostet, ne? So, dann haben wir... Ich mache das einfach, warte ich nicht, ich schicke es euch beiden zu. Äh, wo geht denn das jetzt da? Haben wir... Wo seid ihr? Da ist Detti. Die Datei, zack, schicken. Wo ist Don? Da ist Don. Die Datei, schicken. Zack, du könntest euch die abspeichern. Dankeschön. Das war's, jubi, du. Hatte ich mal gegoogelt gehabt. Vor allen Dingen ist es halt auch mit den aktuellen Geistern, mit dem Hantu und mit dem Yokai dabei, ne? Es gab einige Tabellen, die dann aber halt ohne die zwei neuen Geister waren. Ich weiß nur nicht, was der Wrath ist. Was ist denn, was heißt der Wrath auf Deutsch? Sprit, ist ja klar. Phantom Poltergeist, Benji, Gin. Naja, egal, kann man mal nachgucken bei Gelegenheit. Ich sage aber auch jetzt an der Stelle gute Nacht, ne? Auch alle, die noch zuschauen. Das sei auch gute Nacht gesagt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gehe mal ins Bettchen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und dann schauen wir mal, ne? Ist das nicht die Abkürzung von Revenant? Weil oben steht in der Liste auch kein Rev. Ne, Wrath, ihr W-R-A-I. Afraid. Wrath, genau. Der Revenant steht drin. Aber Wrath, oder wie man das ausspricht, weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das wäre mal Abschlussverfahren, finden wir da schon aus. Spirit. Aber ihr Benji, ihr Gin wird halt nur anders geschrieben. Mare, Revenant, Shade. Ansonsten heißen die alle gleich. Nur Wrath ist irgendwas anderes. Gespenst, ne? Gespenst, ja, genau. Genau. Ja. Weil selbst auf Englisch heißt Poltergeist der Poltergeist. Ich habe es mir nämlich eben übersetzen lassen. Ah, genau. Ja, machen wir aber Schluss wie heute, ne? Eine gute Nacht. Mach's da hin. Macht's gut. In dem Sinne, schönen Sonntag.